Dunkelheit, das ist die Abwesenheit von Licht. Wo kein Licht ist, da ist auf dieser Welt für uns kein Leben möglich. Die Sonne. Energiequelle und Zentrum unseres Planetensystems. Seit Jahrtausenden wird sie von vielen Völkern wegen ihrer Licht- und lebensspendenden Kraft verehrt. Ein Lichtstrahl braucht von der Sonne zur Erde 8 Minuten und 19 Sekunden. Mit einer Geschwindigkeit von knapp 300.000 Kilometern in der Sekunde transportiert er Energie in Form von Licht. Dass sie die Sonne zum Leben brauchen, ist den Menschen seit langem bekannt. Dass wir mit elektrischem Licht angenehm und sicher leben können, seit dem 19. Jahrhundert. Dass das Licht einmal zu unserem wichtigsten Werkzeug werden wird, zeigt Dreisat heute Abend zweieinhalb Stunden lang in eindrucksvollen Beispielen. Nichts ist so schnell, so genau und so kraftvoll wie das Licht. Licht kann messen, kontrollieren und Unsichtbares sichtbar machen. Licht ist einer der wichtigsten Energieträger der Zukunft und dient als Informationsspeicher. Selbst Licht, das wir Menschen nicht sehen können, im infraroten und ultravioletten Bereich, machen wir uns zunutze. Licht ermöglicht uns sogar eine Zeitreise zu den Anfängen des Universums, denn das Licht ferner Galaxien zeigt uns die Welt zum Zeitpunkt der Lichtabstrahlung. Das 20. Jahrhundert war geprägt vom Elektron, von der Elektrizität bis hin zur Elektronik. Das 21. Jahrhundert wird das Jahrhundert des Photons, des Lichtteilchens, werden. Licht ist immer auch mit Erkenntnis verbunden. Und so widmet Dreisat diesem erhellenden Phänomen einen ganzen Abend. Das strahlende Universum, Licht. Das Thema, die nächsten zweieinhalb Stunden, in Wissen aktuell. Zum Start zeigen wir, wie wichtig das Licht war, damit auf der Erde Leben entstehen konnte. Und danach lassen wir die Sonne bis in den letzten Winkel scheinen. Lichtblicke für alle, die auf der Schattenseite leben. Die Themen der ersten halben Stunde, hier in Dreisat. Zuerst Licht als Quelle des Lebens. Und danach Sonne für alle. Natürlich Licht. Jetzt, in Wissen aktuell. Planeterde vor drei Milliarden Jahren. Der dünnen Erdkruste entweichen schweflige, giftige Gase. Von Sauerstoff keine Spur. Die Sonne schimmert durch einen Nebel aus Methan. Leben findet sich nur in der Nähe heißer Quellen. Winzige Organismen nutzen hier energiereiche Stoffe zum Überleben. Doch auf einmal entwickeln sich Bakterien, die das Wasser grün färben und die Sonne direkt als Energiequelle anzapfen. Sie nutzen einen biochemischen Prozess, der das Leben auf der Erde grundsätzlich verändert. Die Photosynthese. In kleinen Bläschen bilden Bakterien und Algen mit Hilfe dieses Prozesses Sauerstoff. Sie benötigen Kohlendioxid, Wasser und Licht. All dies ist massenhaft vorhanden. Der Siegeszug der grünen Pflanzen ist nicht aufzuhalten. Bis sie das Festland erreichen, dauert es jedoch noch über eine Milliarde Jahre. Aufgrund der Photosynthese verändert sich die Zusammensetzung der gesamten Atmosphäre. Immer mehr Sauerstoff reichert sich an und so langsam entsteht unsere Luft zum Atmen. Doch die Photosynthese sorgt nicht nur für eine lebensfreundliche Umwelt, sie speichert auch die Energie des Lichts als Biomasse ab. In Form von Kohle oder Erdöl nutzen wir noch heute diese seit Jahrmillionen gespeicherte Sonnenenergie. Ohne Licht und den biochemischen Prozess der Photosynthese wäre höheres Leben auf der Erde nicht denkbar. Licht ermöglicht nicht nur Leben, es prägt auch ganz entscheidend, wie wir leben. Einer der wichtigsten zeitlichen Rhythmen ist der Wechsel von Tag und Nacht. Etwa 24 Stunden dauert ein Umlauf. Dieser Turnus gilt als bedeutendster biologischer Taktgeber, für den sogenannten Zirkadianenrhythmus, von lateinisch circa, etwa, und dies, ein Tag. Biologische Taktgeber, wie auch der Mondzyklus einer ist, bereiten Lebewesen auf Vorgänge vor, die regelmäßig zu bestimmten Zeiten stattfinden. Auch der Mensch besitzt eine innere Uhr. Schon vor dem Aufstehen wird die Körpertemperatur erhöht, die Herzfrequenz nimmt zu, der Blutdruck steigt. Alles als Vorbereitung auf den erhöhten Energieverbrauch beim Aufwachen. Der Organismus wird hochgefahren, Magensäure wird produziert. Viel Zeit bleibt dem Körper dabei nicht. Denn schon eine Stunde später muss er voll einsatzbereit sein. Wie gut, dass er wenigstens einigermaßen vorbereitet war. Erst gegen 10 Uhr erreicht das Gehirn seine volle Leistungsfähigkeit. Es ist jetzt gut durchblutet. Zeit für konzentrierte Arbeit. Um 12 Uhr beginnt die Mittagspause. Die Durchblutung im Gehirn wird heruntergefahren. Der Körper stellt sich auf Verdauung ein. Gegen 13 Uhr bräuchten Körper und Geist eigentlich eine Erholungspause. Auch um das Mittagessen zu verdauen. Um 15 Uhr ist die beste Zeit für den Gang zum Zahnarzt. Denn jetzt ist der Körper gegen Schmerz relativ unempfindlich. Um 16 Uhr hat das Gehirn nochmal einen Leistungshöhepunkt. Ab 19 Uhr, passend zum Feierabend, ist die beste Zeit für Alkohol. Die Leber baut ihn jetzt am schnellsten wieder ab. Gegen 20 Uhr bereitet sich der Körper auf die Nachtruhe vor. Im Verlauf des Tages werden so biologische Vorgänge angestoßen und vorbereitet. Bei Schichtarbeitern ist alles anders. Sie stehen auf, wenn andere ins Bett gehen und schlafen, wenn andere aktiv sind. Ihr Körper muss zu einer Zeit Leistung bringen, zu der er eigentlich auf Ruhe eingestellt ist. Sämtliche Körperfunktionen sind heruntergefahren. Der Magen ist auf Ruhe eingestellt. Er produziert kaum Magensäure. Der Herzschlag ist verringert. In der Netzhaut werden neue Sinneszellen gebildet, die noch zu empfindlich sind für helles Licht. Der Körper lässt sich aber austricksen. Woher das Licht kommt, ist letzten Endes egal. Nur hell genug muss es sein. Experimente mit stark erhöhter Lichtmenge am Arbeitsplatz haben gezeigt, dass sich Arbeiter so wohler fühlten, frischer waren. Die regelmäßigen Müdigkeitstiefs während der Nachtschicht blieben mit der helleren Beleuchtung aus. Doch der Trick mit dem Licht muss durchgehalten werden. Wenn der Schichtarbeiter am Morgen, also seinem Feierabend, zu viel Licht bekommt, schaltet seine innere Uhr sofort auf Tagbetrieb. Denn das Sonnenlicht eicht die innere Uhr. Wenn der Organismus dann schlafen soll, ist er von außen auf Leistung eingestellt. Die Temperatur ist erhöht, die Nieren arbeiten auf Hochtouren. Das bedeutet häufige Toilettengänge. Dass es überhaupt eine solche innere Uhr gibt, zeigte ein berühmtes Experiment in den 60er Jahren des vergangenen Jahrhunderts. Freiwillige begaben sich für mehrere Wochen in einen geschlossenen Bunker. Der war mit allen Annehmlichkeiten ausgestattet, bis auf zwei Dinge. Es gab kein Tageslicht und auch sonst keinerlei Möglichkeit, die Uhrzeit festzustellen. Weltweit sahen Chronobiologen, das sind Wissenschaftler, die die zeitliche Organisation bei Lebewesen untersuchen, mit Spannung dem Ausgang der Experimente entgegen. Till Rönneberg hat die Bunkerexperimente von frühester Jugend an begleitet. Die Bunkerversuche waren eigentlich wissenschaftsgeschichtlich was ganz Spannendes. Man wusste ja schon von Pflanzen und Tieren, dass es eine innere Uhr gibt, die hauptsächlich durch Licht gesteuert wird. Da wir bei Menschen immer annehmen, dass die Natur eigentlich keinen Einfluss mehr auf uns hat, sondern nur noch das soziale Leben, musste eine Versuchsapparatur gebaut werden. Das war dann der Bunker, in der alles abgeschottet wurde, was überhaupt nur an zeitlichen Signalen vorhanden gewesen sein könnte. Der Schutz nach außen war massiv, aus Stahlbeton, mit einem Meter dicken Mauern. 1966 wagten sich die ersten Probanden in den Bunker. Wissenschaftler beobachteten sie rund um die Uhr. Big Brother unter Ausschluss der Öffentlichkeit, ganz im Dienste der Wissenschaft. Man hat ganz viele Dinge gemessen. Also es gab zum Beispiel Kontakte im Boden, sodass man das Laufen messen konnte. Man konnte das An- und Ausschalten von jedem Licht messen. Die Versuchspersonen trugen, damals war das noch etwas unangenehm, rektale Temperatursonden. Sie mussten ganz viele Aufgaben erfüllen, sie mussten immer aufschreiben, was sie wann essen. Viele von ihnen mussten jede Stunde einen Klingelknopf drücken, also immer, wenn sie dachten, dass eine Stunde vorbei war. Und dann noch nach einer Minute nochmal, sodass man Langzeit- und Kurzzeitschätzungen mitmachen konnte. Die Probanden ließen ihren Zeitgefühl freien Lauf. Sie gingen ins Bett, wenn sie müde waren und standen auf, wenn sie wach wurden. Nur Mittagsschlaf war nicht erlaubt. Schon bald gestaltete sich der Tagesablauf, zumindest von der Zeitausnutzung, bei allen ähnlich. Etwa ein Drittel schlafen, zwei Drittel wachen. Diese Zeit nutzten sie intensiv, für Sport oder zum Lesen und Schreiben. Das Ergebnis war wie von allen erwartet. Es kam dabei raus, dass auch der Mensch eine Zirka, die eine innere Uhr hat, die man ja besonders gut sieht, wenn man alle Informationen in der Außenwelt weglässt. Weil sie dann nämlich ihre eigene Dynamik entwickelt und nicht ins Chaos verfällt, sondern sie macht ihren eigenen Tag. Und der ist dann meist nicht mehr genau 24 Stunden, sondern so etwas wie 25 Stunden zum Beispiel. Die innere Uhr ist aber bei jedem Menschen verschieden. Manche gehen vor. Das sind die sogenannten Lärchen. Andere gehen nach. Diese Menschen nennt man Eulen. Deshalb muss die innere Uhr immer wieder neu gestellt werden. Selbst für uns Menschen im 21. Jahrhundert ist und bleibt der wichtigste Zeitgeber das natürliche Licht der Sonne. Mit ihrer Hilfe wird die Uhr jeden Tag von Neuem abgeglichen. Wobei Morgenlicht die Uhr vorstellt, Abendlicht stellt sie nach. Die Schaltzentrale für diese Vorgänge sitzt im Gehirn, im suprachiasmatischen Nukleus, kurz SCN, über der Kreuzung der Sehnerven, nur wenige Zentimeter hinter dem Nasenrücken. Dort werden Lichtreize, die von speziellen Zellen im Auge kommen, verarbeitet und zur Zirbeldrüse weitergeleitet. Dieses System aus SCN und Zirbeldrüse beeinflusst Körpertemperatur, Blutdruck und verschiedenste Stoffwechselvorgänge. Alle anderen zeitlich gesteuerten Abläufe im Körper sind diesem Komplex untergeordnet. Bis vor wenigen Jahren glaubte man, die Lichtinformationen würden von den Lichtsinneszellen im Auge, Stäbchen und Zapfen eingefangen. Heute weiß man, dass es dafür eine eigene dritte Klasse von Sinneszellen im Auge gibt. Die retinalen Ganglien. Auch ist die innere Uhr nicht ein abstrakter Zeitmesser im Gehirn, sondern jede einzelne Zelle des Körpers besitzt ihre eigene innere Uhr. Der Puls der Zellen wird von Genen kodiert. Ein Ereignis, das alle menschlichen inneren Uhren trifft, ist die Zeitumstellung. Frühaufsteher sind zur Winterzeit noch früher dran als sonst. Die Spättypen, die Eulen, haben dagegen bei der Umstellung auf Sommerzeit eher ein Problem. Es ist länger hell und ihre innere Uhr geht noch mehr nach als sonst. Man muss bedenken, dass die innere Uhr von Menschen, wie die innere Uhr von allen anderen Lebewesen, durch Licht mit der Umwelt synchronisiert wird. Jetzt ist es so, dass bei einer Zeitumstellung, wie wir sie jetzt haben, sich nur die Armbanduhr oder die Wanduhr ändert. Aber die Sonne geht immer noch zur gleichen Zeit auf, auch wenn sie im Jahr sich verändert, geht immer noch von Sonntag auf Montag zur gleichen Zeit auf wie vorher. Das heißt, es ist eine reine soziale Zeitumstellung. Und da hat die innere Uhr dann eventuell Schwierigkeiten mitzumachen. Immer zur Zeitumstellung tritt bei manchen Menschen vermehrt Tagesmüdigkeit auf, mit gelegentlich bitteren Folgen. Jetzt ist es so, dass man durchaus, gerade mit Licht, sich dazu bringen kann, etwas früher oder etwas später die innere Uhr einzustellen. Wenn man eine innere Uhr vorstellen will, dann sollte man Abendlicht vermeiden und Morgenlicht suchen. Das ist jetzt in diesem Fall nicht der Fall, das ist im Frühjahr der Fall. Aber jetzt haben wir ja die Herbstumstellung und die ist sowieso etwas leichter, weil wir diese Stunde wieder zurückgewinnen. Es gibt aber Menschen, das sind gerade die Frühtypen, die damit auch Schwierigkeiten haben, die dann relativ früh aufwachen, früher, als sie es eigentlich müssten. Und die sollten dafür sorgen, dass sie morgens kein Licht sehen und abends viel Licht sehen, weil das wiederum stellt die Uhr hinterher, nach. Jeder Mensch trägt seine eigene Zeit mit sich herum. Oft verschiebt sich der innere Zeittakt im Lauf des Lebens. Aus jugendlichen Eulen werden im Alter Lerchen. Chronobiologen raten nicht, gegen die innere Uhr zu leben. Doch unsere Lebensumstände lassen den chronotypischen Lebenswandel meist nicht zu. Das Prinzip der inneren Uhr ist weit verbreitet. Von primitiven Organismen, über Tiere, bis hin zum Menschen. Überall ist es zu finden. Neben dem Tag-Nacht-Wechsel gibt es auch noch andere Taktgeber. Die Jahreszeiten, der Mondzyklus, Ebbe und Flut. Wie wir das natürliche Licht der Sonne, auch im Alltag des 21. Jahrhunderts, besser nutzen können, sehen Sie jetzt in Wissen aktuell. In Aldrans, Österreich, liegt das Lichtlabor von Christian Badenbach. Licht heißt hier Tageslicht. Im Großraumbüro, wo Physiker, Mathematiker und Planer arbeiten, ist es angenehm hell. Eine Lampe an der Decke aber sucht man vergebens. Nur ein schmaler Lichtschacht lässt die Sonne rein. Über Spiegelwerfer wird das Licht im Raum verteilt. Wer hier arbeitet, den blendet keine grelle Glühlampe. Keine Reflexion spiegelt sich im Bildschirm. Die Fenster sind klein. Die Sonne kommt von oben über die Decke in das Gebäude. Im Lichtlabor gelingt das sogar im Keller. Der unterirdische Raum wird mit natürlichem Sonnenlicht beleuchtet. An der Decke hängt eine Sonnenleuchte. Sie besteht aus Glas. Prismen verteilen das Licht im Raum. Doch wie kommt die Sonne in den Keller? Spiegel fangen sie ein. Sie werden elektronisch gesteuert, fahren der Sonne nach. Mit einer solchen Spiegeltechnik soll das technisch Machbare nachgewiesen werden. Es geht um Energieeinsparung. Schließlich kostet die Sonne nichts. Über mehrere Spiegel wird das Sonnenlicht geleitet, bis es schließlich über hochreflektierende Lichtrohre im Keller landet. Dinge ins rechte Licht setzen, das ist die Aufgabe des Lichtlabors von Christian Wartenbach. Häuser und Bürogebäude, Banken, Museen und sogar die Moschee in Mekka hat er erleuchtet. In Chur in der Schweiz haben Christian Wartenbach und seine Lichtplaner einen Busbahnhof gestaltet. Unter einem Dach galt es, das Licht gleichmäßig zu verteilen, jedoch die Wärme der Sonne herauszuhalten. Durch spezielle Materialien und sogenannte Retroreflektoren gelingt es, die Wärme zurück zur Sonne zu schicken, das Licht jedoch durch das Glasdach zu leiten und mit Spiegelwerfern bis in die letzten Winkel des Busbahnhofs zu verteilen. Das Prinzip funktioniert am Tag wie in der Nacht. Nur dann mit künstlichen Lichtquellen. Möglich ist so etwas, wenn Architekten und Lichtplaner ganz eng zusammenarbeiten. Wenn man das einmal im Kopf hat, dann versucht man in allen möglichen Richtungen das anzuwenden. Das hat heute natürlich große Bedeutung, weil man die Innenhöfe, all diese Dinge natürlich aufhellen kann. Und dann auch enge Straßen. Also das ist einem nur noch nicht bewusst, dass die engen Straßen, die Unterräume, auf so einer Basis nutzbar gemacht werden können. Mitarbeiter des Lichtlabors brechen auf zu einer besonderen Herausforderung. Wieder sollen sie das Licht der Sonne nach ihrem Ermessen mit Spiegeln umlenken und mit Prismen streuen. Diesmal geht es nicht nur um ein Gebäude, einen Innenhof oder eine Fassade. Diesmal geht es um eine ganze Stadt im Dunkeln. Rattenberg am Inn. Die Stadt liegt im Schatten eines riesigen Berges. In den Wintermonaten von November bis Februar, wenn die Sonne am tiefsten steht, sieht es hier trübe und ziemlich düster aus. Weil Licht fehlt, leben die Bürger nicht gerne in der Stadt, werden in der dunklen Jahreszeit die Geschäfte schlecht besucht. Denn wir Menschen sind dem Licht angepasst. Wir orientieren uns am Licht. Es verändert unsere Stimmung. Licht schafft Sicherheit und humane Lebensbedingungen. Deshalb ziehen Lichtplaner, Psychologen und Architekten im Sommer durch die Gassen und schauen, wo ist genügend natürliches Sonnenlicht vorhanden und wo nicht. Zurück im Lichtlabor, unter dem künstlichen Himmel, werden die praktisch gewonnenen Erkenntnisse in einem Modell umgesetzt. Im Hintergrund der Berg, der den Schatten wirft. Ihm gegenüber sollen drei Spiegel, in der Realität nahezu 30 Meter groß, die Sonne auffangen und zu diesem Turm lenken. Viele, hundert kleine Spiegel übernehmen die weitere Lichtverteilung. Jetzt müssen Lamellen und Prismenspiegel das gebündelte Licht nur noch in den Gassen und auf den Plätzen verteilen. Blendfrei und mit einer möglichst natürlichen Wirkung. Im Lichtlabor lassen sich verschiedene Tageslichtsituationen nachstellen. Computeranimationen wirken im Vergleich oft realitätsfremd, manchmal einfach falsch. Schließlich geht es um die Wahrnehmung durch den Menschen. Ich glaube, wenn sich das durchsetzt und wenn das realisiert wird, dass das eine sehr neue Perspektive gibt. Auch für Städte, gerade für Altstädte, die tiefen Straßen, Licht hineinzubringen. Und das heißt, das kostet ja nichts, wenn die Sonne ist, ist ja nichts anderes wie ein Spiegel, den ich umlenke. Während in Rattenberg noch über die Realisierung nachgedacht wird, sind die Bürger im italienischen Bergdorf Viganella bereits zur Tat geschritten. Die Erbauer des Spiegels hatten, wie bei Pilotprojekten üblich, mit vielen Schwierigkeiten zu kämpfen. Materialien, Standort und Finanzierung waren lange unklar. Für die Spiegelfläche fiel die Wahl auf rostfreien Stahl. Im Idealfall werden so 80 Prozent des Sonnenlichts reflektiert. Ein Computer hat die geografischen Koordinaten des Spiegels und des Dorfplatzes gespeichert. Hydraulisch betrieben folgt der Spiegel der Sonne. Kontinuierlich, bis zum Untergang und am nächsten Morgen nimmt er wieder die Anfangstellung ein. Wegen der Himmelsbahn der Sonne ändert sich diese jeden Tag. Nur 100.000 Euro hat das Spiegelprojekt im italienischen Viganella gekostet. Allerdings ist der Dorfplatz auch nur wenig heller als die Umgebung. Für die Fernsehkamera ist der Unterschied kaum erkennbar. Die Bewohner von Viganella sind zufrieden, dass sie nun auch im Winter die Sonne oder vielmehr das wenige Quadratmeter große Abbild der Sonne sehen können. Licht lenken ist ein Prinzip, das auch in der Nacht funktioniert. Ein Problem hat Christian Bartenbach besonders beschäftigt. Normale Laternen werfen nur einen sehr begrenzten Lichtkegel auf den Boden. Der Rest der Straße, die Fassaden und Häuser bleiben im Dunkeln. Wir fühlen uns unwohl. Christian Bartenbachs Lampen hingegen leuchten nicht rundum in die Nacht hinein, sondern gezielt nach oben in einen Rasterspiegel. Es scheint, als würden tausend kleine Lampen leuchten. Das Auge sieht, die Straße ist hell. Die Hausfassaden sind erkennbar. Das Gehirn meldet, hier fühle ich mich wohl. Schlüsselstellen für diese Wirkung sind die Rasterspiegel. Wirkungsgerecht angebracht, zerstreuen sie das Licht nach unten und reflektieren auch auf die Fassaden. Zum Vergleich, hier die von Christian Bartenbach gestaltete Museumsstraße in Innsbruck. Und in der Seitenstraße die herkömmliche Beleuchtung. Bei all den leuchtenden Ideen, Christian Bartenbachs große Leidenschaft ist das Fischen. Sonnenauf und Untergang faszinieren ihn. Ständig ändert die Natur das Licht, ändern sich die Farben und Formen. Und so ist für ihn selbst sein Hobby schon wieder Lichtforschung. Die Fischerei hat insofern mit Licht zu tun, sagt er, weil man ständig beobachten muss. Zum Beispiel die Wasseroberfläche mit der Brechung, wo man die Fische unter Wasser sieht. Da gibt es Erscheinungsbilder und Zusammenhänge. Beobachtet wird nicht nur das Licht, sondern auch der Mensch. Wir befinden uns in der wahrnehmungspsychologischen Abteilung des Lichtlabors. Hier arbeiten die Lichttechniker mit Psychologen und Medizinern zusammen. Anhand von Herzfrequenz und Puls, Schweißdrüsenaktivität und der Anspannung der Stirnmuskeln werden Stressfaktoren, die das Licht auslöst, gemessen. Zum Beispiel in einem Tunnel. Die Testpersonen werden auf die virtuelle Reise durch dunkle Löcher geschickt. Untersucht werden die unbewusst ablaufenden Reaktionen. Welche Lichtreize steuern die Wahrnehmungsgeschwindigkeit? Welche Details erkennt das Auge? Wo haben wir Menschen Sehschwächen? Getestet werden diese Faktoren in ganz unterschiedlichen Tunnelgestaltungen. Mal sind die Wände grau, mal farbig. Mal sind sie dunkel und mal hell angestrahlt. Hierzu muss die Testperson bestimmte Zeichen im Tunnel erkennen. Je schlechter die Erfolgsquote, desto mieser ist die Sicht. Die schlechte Sicht führt zu Ermüdung oder Aggression. Der helle, farbig gestaltete Tunnel rechts im Bild wurde von allen Testpersonen als der angenehmste empfunden. Es kann nur mit Licht gelöst werden, weil der Tunnel ist alleine lichtlos. Und wenn ich noch weiß, dass ein Autoscheinwerfer verblendet, dann muss ich hier eine Atmosphäre schaffen, wo ich nicht nur gut sehe, das ist auch wichtig, das ist vielleicht eine der wichtigsten Sachen, aber wo ich auch diesen unterirdischen Gedanken wegbringe, dass ich eben unterirdisch mich bewege. Das sind die zwei psychologischen und die Punkte, die hier beachtet werden müssen, die aber durchaus lösbar sind. Lösbar meist mit elektrischem Licht, so wie auch Architektur in der Regel mit künstlichem Licht in Szene gesetzt wird. Doch bei all seiner Erfahrung mit Lichtplanungen gibt es für Badenbach nichts Besseres als Sonnenlicht. Von der Natur kann man immer noch am meisten lernen, vor allem auch bei den Lichtwirkungen, weil wir viel informiert werden, auch über das Wetter und über all die Dinge, die in der Außenwelt passieren, die wir einfach selbstverständlich hinnehmen, aber die vorhanden sein müssen. Da wird sich das Tageslicht nie zur Gänze ersetzen lassen. Licht in der Stadt, das ist jetzt das Thema in Wissen aktuell. Das strahlende Universum. Licht. Das Thema heute Abend in Wissen aktuell. Und so geht's weiter. Projektion statt Scheinwerfer. Wie Gebäude und Städte in Zukunft leuchten könnten. Und Leuchtpixel statt Mattscheibe. Wie neueste Informationstechnologien dreidimensionales Sehen möglich machen. Die nächsten zwei Themen hier in Dreisat. Zuerst die Stadtbeleuchtung der Zukunft. Und danach neueste Oberflächen der Informationsgesellschaft. Jetzt in Wissen aktuell. Hier entsteht neues Licht. Noch nie zuvor wurde ein Gebäude auf diese Weise angestrahlt. Solche Fluter knallten bisher Tausende von Watt gegen die historischen Mauern des Gebäudes. Und so sieht das Zumpthaus zur Meisen in Zürich mit dem neuen Beleuchtungsverfahren aus, das Lucius Huber und sein Team entwickelt haben. Der Effekt, den wir hinter uns sehen, wäre mit traditioneller Technik nur mit 40 bis 50 Leuchten möglich. Im Weiteren war es bisher unmöglich, eine solch differenzierte Anstrahlung zu realisieren, ohne die Nachbarn zu blenden oder im Falle eines Hotels in die Zimmer reinzustrahlen. Es ist eine vielversprechende Technologie, die gestalterisch mehr Möglichkeiten bietet und noch dazu deutlich weniger Energie verbraucht als mit konventionellen Leuchten. Ausserdem dämmt sie die Lichtverschmutzung ein. Denn inzwischen wird es nachts immer heller. Die Grenze zwischen Tag und Nacht verschwimmt. Vom Weltall aus betrachtet leuchtet die industrialisierte Welt wie ein Weihnachtsbaum. Eine Studie zeigte, dass in der ganzen Schweiz auf 42.000 Quadratkilometern kein einziger Quadratkilometer mehr absolut natürlich dunkel ist. Auch im Nationalpark nicht mehr. Denn das Licht der Siedlungen kennt keine Stadtgrenzen. Es geht raus in die Naturräume. Wir sollten zu einem sorgfältigeren Umgang mit Aussenbeleuchtungen zurückfinden, weil Licht eigentlich nur im Dunkeln zur Geltung kommt. Kein Streulicht und damit auch keine Lichtverschmutzung produziert die neue Beleuchtungstechnik von Lucius Huber. Sein Verfahren beginnt mit einem Foto. Auf der Fotografie des Zunfthauses zur Meisen kann ich die Lichtwirkung herstellen, die ich am Schluss auf der Fassade haben möchte. Von grellem Licht bis hin zu feinen Schattierungen ist alles möglich. Zentimetergenau. Fensteröffnungen werden ausgespart. So entsteht ein komplexer Lichtplan für das jeweilige Gebäude. Wenn wir die gleiche Wirkung haben wollen wie auf dem Bild, dann brauchen wir eine Vielzahl von kleinen Leuchten, die jeweils vor Ort montiert sind und das Gebäude so illuminieren. Wir wollen jedoch mit ganz wenigen Projektoren von weit weg dieselbe Wirkung erzielen, mit dieser Maske, die wir an die Fassade projizieren. Weil die Projektoren aber nur selten frontal zur Hausfassade aufgestellt werden können, muss die Maske noch in die richtige Beleuchtungsperspektive umgerechnet werden. Das Bild, das uns gefallen hat, haben wir auf die Glasplatte gebrannt. Die Glasplatte schieben wir nun in den Projektor. So lässt sich vieles ins rechte Licht setzen, ohne die Umwelt zu verschmutzen. Hightech-Projektionen auf Nebelwänden Oder Sporterreignisse auf Riesendisplays. Die Oberflächen der Informationsgesellschaft sind im steten Wandel. Wissenschaftler arbeiten weltweit in unzähligen Laboren an einer verbesserten Abbildung unserer Umwelt. Und lassen uns dabei immer tiefer in virtuelle Welten eintauchen. Dabei fing alles so gemütlich an. Bereits Ende des 19. Jahrhunderts entwickelt Paul Nipko die sogenannte Nipko-Scheibe. Ein Rundfunksignal erzeugt mithilfe einer Glimmlampe ein Bild. Durch das Drehen einer Lochscheibe wird das Bild Zeile für Zeile sichtbar. Diese Technologie gilt als elektromechanischer Vorgänger des Fernsehens. Die Größe der Bildschirmdiagonale lässt allerdings noch zu wünschen übrig. In den 30er Jahren revolutioniert die Bildröhre das Fernsehen. Ein Elektronenstrahl rast durch das Vakuum auf eine Mattscheibe und erzeugt ein Lichtbild. Diese Technologie sorgt nicht nur seit über einem halben Jahrhundert für Unterhaltung im Pantoffelkino, sondern auch heute noch funktionieren manche Computermonitore nach diesem Prinzip. Doch die Oberflächen der Informationsgesellschaft verändern sich. Wissenschaftler der Firma Osram erforschen lichtemittierende Dioden, sogenannte LEDs, für neue elektronische Anzeigen. Werden die winzigen Dioden unter Strom gesetzt, beginnen sie zu leuchten. Eine normale Glühlampe verwandelt nur etwa 5 Prozent der elektrischen Energie in Licht. Der Rest ist Abwärme. Moderne Leuchtdioden nutzen hingegen 35 Prozent der elektrischen Energie für die Lichterzeugung. Um besonders helle Displays herzustellen, versuchen die Wissenschaftler die Leistung der kleinen Lichtquellen weiter zu optimieren. Da die LEDs immer leistungsstärker werden, finden sie sich heute nahezu in allen technischen Geräten. Vom Auto bis hin zum DVD-Player. Ein Vorteil der kleinen Lichtquellen ist, dass sie das Licht in den Farben Grün, Rot und Blau erzeugen können. Aus diesen drei Grundfarben lassen sich alle anderen Farbtöne herstellen. Überlagern sich alle drei, erkennt das menschliche Auge das als weißes Licht. Ein belgisches Unternehmen nutzt LEDs daher für die Produktion von großen Anzeigen. Techniker setzen die Lichtquellen zu Displays unterschiedlicher Größe zusammen. Jeder der einzelnen leuchtenden Pixel beinhaltet mindestens eine rote, grüne oder blaue LED. Leuchten alle gleichzeitig, entsteht auf dem Display die Farbe weiß. Um Fotos oder Filme farbecht und naturgetreu abzubilden, müssen alle Bildpunkte Licht mit einer genau definierten Wellenlänge und bestimmten Helligkeit emittieren. Ingenieure testen diese Parameter in einer speziellen Anlage. Aufgrund der intensiven Forschung im Bereich LED können die kleinen Lichtquellen immer preiswerter produziert werden. LEDs verändern das Bild unserer Städte. Und in Zukunft ersetzen sie so manches Werbeplakat oder ergänzen die Schaufensterdekoration. Dabei können die LED-Displays sogar runde Formen annehmen. Die extrem hellen, dabei sehr sparsamen Lichtquellen sind schon jetzt in Sport- und Konzertarenen zu finden und werden auch unsere Einkaufsmeilen schon bald in ein neues Licht tauchen. Doch nicht nur große LED-Screens sorgen für neue Maßstäbe. LCD-Monitore, sogenannte Liquid-Crystal-Displays, zu deutsch Flüssigkristallanzeigen, sorgen als Computerbildschirm und auch als Fernseher für einen neuen Look. Von innen sehen sie so aus. Spezielle Leuchtstoffröhren sorgen für die Hintergrundbeleuchtung mit weißem Licht. Das Licht scheint durch mehrere hauchdünne Glasscheiben, die mit unterschiedlichen Materialien beschichtet sind. Die oberste Glasschicht ist mit tausenden von roten, grünen und blauen Farbstreifen versehen. Ähnlich den roten, grünen und blauen LEDs können sie alle Farben erzeugen. Hinter dieser Ebene steuern Flüssigkristalle die Lichtdurchlässigkeit jedes einzelnen Punktes. Pixel für Pixel entsteht so ein Bild. LCD-Displays haben jedoch einen großen Nachteil. Blickt man von der Seite, verändern sich die Farben und man erkennt nicht mehr viel. Wissenschaftler forschen daher schon an der nächsten Generation von flachen Bildschirmen, wie hier am Fraunhofer-Institut für angewandte Polymerforschung in Potsdam. Gegenstand der Forschung sind jedoch nicht flüssige Kristalle, sondern spezielle Kunststoffe. Die Fraunhofer-Forscher haben das organische Material, das in unserem Alltag normalerweise als Einkaufstüte Verwendung findet, chemisch verändert und so zum Leuchten angeregt. Dabei nutzen sie die Eigenschaft, dass der von innen veränderte Kunststoff, anders als normalerweise üblich, Strom leiten kann. Die einzelnen Moleküle imitieren dabei Licht in einer ganz speziellen Wellenlänge und Farbe. Die Forscher nutzen dieses Material zur Konstruktion neuartiger Displays. Sie tragen es mithilfe des sogenannten Spin-Coating-Verfahrens auf eine Oberfläche auf. Dabei entsteht eine nur zehntausendstel Millimeter dünne Schicht des stromleitenden Kunststoffes. Die beschichteten Oberflächen werden in einer Vakuumkammer mit Metall bedampft. Nach einigen Minuten bildet sich auf der stromleitenden Kunststoffschicht eine hauchdünne Metalloberfläche. Legt man an dieser Metalloberfläche eine Spannung an, fließt durch die organischen Moleküle Strom und sie leuchten in ihren spezifischen Farben und Wellenlängen. Die Displays aus halbleitendem Kunststoff arbeiten nach einem ähnlichen Prinzip wie die ebenfalls aus einem Halbleiter hergestellten Leuchtdioden, kurz LEDs. Da sie allerdings aus einem organischen Material hergestellt sind, bezeichnet man sie als U-LEDs oder auch U-Leds. Die U-LEDs sind genauso flach wie die herkömmlichen LCD-Displays. Da sie jedoch von Selbstleuchten und keine Hintergrundbeleuchtung benötigen, sind sie viel heller. Der wesentliche Vorteil ist jedoch, dass sie viel preiswerter hergestellt werden können als herkömmliche Displays. Diese Technik wird vermutlich die Informationselektronik revolutionieren. Die U-LEDs können auch auf riesige Flächen aufgetragen werden. Und so erhalten wir in Zukunft visuelle Eindrücke nicht nur an neuen Orten, sondern auch unter einem ganz neuen Blickwinkel. Ingenieure und Wissenschaftler bei ZEISS in Jena arbeiten an einer ganz anderen Technik, um Bilder zu erzeugen. Sogenannte Beamer sind nicht nur bei Fußballmeisterschaften im Einsatz, sondern sorgen längst in vielen Wohnzimmern für Kinostimmung. Dabei durchleuchten die Lichtstrahlen einer Hochdruckentladungslampe mehrere Stationen und erzeugen mithilfe eines Farbrades über 100 rote, grüne und blaue Bilder in der Sekunde. Letztendlich entsteht so das farbige Bild. In Zusammenarbeit mit LED-Herstellern versuchen Wissenschaftler die Beamer weiter zu verkleinern. Da die winzigen, hellen Lichtquellen alle drei Grundfarben imitieren, kann man sie auch als Lichtquelle im Beamer einsetzen. Der Einbau von LEDs erspart dann nicht nur den Einbau der weißen Lampe, sondern auch den des Farbrades und einer aufwendigen Kühlung. Die LEDs ermöglichen so eine viel leichtere und kleinere Konstruktion, die noch dazu immer billiger wird. Damit sind völlig neue Einsatzgebiete für Beamer denkbar. Man könnte in naher Zukunft Kamera und Beamer kombinieren. Die Vision, egal ob Kamera oder Handy, einen Knopfdruck nach der Aufnahme hat man das Ereignis bereits zu Hause an der Wand. Bei Jenoptik in Thüringen arbeiten Wissenschaftler an einer anderen Projektionstechnologie. Das Licht für die Projektion liefern keine Lampen oder LEDs, sondern einzelne Laser. Das gebündelte und extrem helle Licht leuchtet wieder in den drei Grundfarben Rot, Grün und Blau. Mithilfe eines eigens entwickelten Objektivs können die thüringischen Wissenschaftler die Größe der Projektionsfläche variieren. Wesentlicher Vorteil der Laserprojektion, das Bild muss nicht, wie bei anderen Projektoren, fokussiert werden. Es ist unabhängig vom Abstand zum Objektiv immer scharf. Selbst auf unebenen Flächen gibt es keine verschwommenen Bilder. In Jena nutzt man diesen Effekt bereits in einem Planetarium. Trotz der runden Kulisse sind die Bilder gestochen scharf. Die Farben des Laserlichts erlauben außerdem eine weitaus realistischere Abbildung als die bisher üblichen Projektionsverfahren. Für den Betrachter entsteht so ein dreidimensionaler Eindruck. Der dreidimensionale Eindruck ermöglicht es Wissenschaftlern, tief in virtuelle Welten einzutauchen. Außerdem sorgen die hellen Lichtquellen für neuartige Show-Effekte. Projektionen auf bewegten Oberflächen sind genauso denkbar wie auf Nebel- oder Wasserfällen. Wissenschaftler arbeiten jedoch nicht nur an Show-Effekten. Im Fraunhofer-Institut in Berlin haben Forscher den Aufbau eines normalen LCD-Displays verändert. Auf das Display legen sie eine Glasplatte mit einer ganz speziellen Oberfläche. Ohne eine 3D-Brille zu benutzen, entsteht für den Betrachter ein perfekter dreidimensionaler Eindruck der abgebildeten Gegenstände. Sogar eine Interaktion mit virtuellen Gegenständen ist möglich. Infrarotkameras erkennen die Bewegungen der Hand im Raum. Eine Software interpretiert die Bewegungen und steuert die virtuellen Objekte. Licht ist somit nicht nur Träger von Informationen, sondern vermittelt auch wunderbare Illusionen. Das strahlende Universum. Licht. Das Thema heute Abend in Wissen aktuell. Und so geht's weiter. Lichtblicke von Himmelblau bis Abendrot. Lichtquellen. Warum manche warm und andere kühl wirken. Und das Licht aus Sicht der Physik. Als Summe winziger Teilchen oder als Welle. Die Themen der nächsten halben Stunde hier in Dreisat. Zuerst die Farbenspiele der Natur. Danach Licht und Wärme. Und später das große Einmaleins des Lichts. Jetzt in Wissen aktuell. Abendrot, das ist Romantik pur. Doch wer die rosa-rote Brille absetzt, findet pure Physik. Unsere Sonne sendet weißes Licht auf die Erde, das sich aus allen Farben des Regenbogens zusammensetzt. Doch wir empfangen nicht immer alle Farben des Lichtspektrums. Denn der Weg des Lichts in unsere Augen ist voller Hindernisse. In der Luft befinden sich feinste Schwebstoffteilchen, sogenannte Aerosole, wie Wasserdampf und Staubpartikel. Einem Lichtstrahl geht es auf der Reise durch die Luft wie einer Kugel im Flipperautomaten. Ständig stößt er gegen Hindernisse. Es werden aber nicht alle Farben gleich stark abgelenkt. Lange Lichtwellen bewegen sich unbehelligt durch den Raum. Die heftig schwingenden Kurzwellen prallen häufiger gegen Hindernisse. Die kurzwelligen blauen und violetten Lichtanteile werden so am stärksten abgelenkt. Bis zu zehnmal mehr als die langwelligen roten oder orangefarbenen. Wenn die Sonne senkrecht steht, müssen die Strahlen nur einen kurzen Weg zurücklegen. Das Licht wird wenig abgelenkt, die Sonne erscheint weiß. In der Dämmerung steht die Sonne näher am Horizont. Die Lichtwellen müssen weiter durch die Erdatmosphäre reisen. Nur die langwelligen, gelben und roten Lichtanteile dringen zu uns vor. Wer will, kann zu Hause einen Sonnenuntergang simulieren. Dazu wird eine weiße Lichtquelle an ein Aquarium gehalten. Durch ständige Zugabe von Milch verfärbt sich das Licht von weiß über gelb bis rot. Auch hier werden die kurzen blauen Lichtwellen durch die feinen Milchteilchen abgelenkt. Genauso wenig wie die Sonne untergeht, ist also der Abendhimmel rot. Es ist alles nur eine Frage der Wellenlänge des Lichts. Das gilt auch für die Farbe von Wasser. Wasser hat der Erde den Beinamen blauer Planet gegeben. Und das, obwohl Wasser eigentlich farblos ist. Die Farbe des Wassers hängt von der Wellenlänge des Sonnenlichtes ab. Das Sonnenlicht als Summe aller Farben ist weiß. Wenn es auf ein Wassermolekül trifft, wird das langwellige Licht, wie rot und gelb, geschluckt. Und das kurzwellige grün oder blau reflektiert. Rund 90 Prozent des einfallenden Sonnenlichtes dringt in das Wasser ein. Hier trifft es auf Wassermoleküle, gelöste Stoffe oder mikroskopisch kleine Organismen. Dabei wird das blaue Licht am stärksten gestreut. Mit zunehmender Wassertiefe werden immer mehr Rotanteile des Lichtes geschluckt und blaue gestreut. Somit erscheint das offene Meer blauer als Küstengewässer. Denn dort färbt chlorophylhaltiges Plankton das Wasser grün. Der weiße Korallensand im flachen Wasser der Südsee reflektiert das Sonnenlicht direkt und hält die Wasserfarbe zum charakteristischen Türkis der tropischen Strände auf. Diese Färbungen betreffen aber nur kleine Flächen. Die größten Teile der Weltmeere machen unsere Erde zu dem, was sie ist. Unser blauer Planet. Ob Sonne, Feuer oder Kerze. Historisch sind für uns Licht und Wärme untrennbar miteinander verbunden. Und die Glühlampe setzt diese Tradition fort. Sie wandelt 95 Prozent der genutzten Energie in Wärme um. Anders die Energiesparlampe. Sie hat, wie ihre großen Schwestern die Leuchtstoffröhren, kaltes, grelles Licht. Das wirkt besonders unangenehm. Leuchtstoffröhren erzeugen grün-gelbe Schattierungen, da ihnen der Rotanteil im Lichtspektrum fehlt. Und deshalb werden wir Menschen mit dem kalten Licht nicht warm. Es dauert lange, bis die Energiesparlampe hell wird und dimmen kann man sie auch nicht. Bei diesem Licht macht Lesen kein Spaß. Mittlerweile gibt es viele unterschiedliche Modelle. Sie funktionieren alle nach demselben Prinzip, nämlich dem der Leuchtstoffröhre. Die Energiesparlampe, die man sie kennt, mit der Röhrenform, in der das Leuchtgas ist. Wenn Strom die Elektrode erwärmt, werden Elektronen in die Röhre geschossen. Die Elektronen stoßen dann auf Quecksilberatome und übertragen so einen Teil ihrer Energie. Die angeregten Quecksilberatome möchten diese Energie wieder loswerden und geben UV-Licht ab. Die fluorsziehende Oberfläche der Energiesparlampen wandelt die UV-Strahlen schließlich in sichtbares Licht um. Die Lampe leuchtet. Sie sparen 80 Prozent Energie und trotzdem gelingt ihnen bisher nicht der große Durchbruch. Nur jede zehnte Lampe in Deutschland ist eine Energiesparlampe. In Australien will man das Ende der Glühlampe per Gesetz einleiten. Hier in Deutschland hofft man durch technische Verbesserungen das Akzeptanzproblem der Energiesparlampe zu beheben. Bei der Firma Osram ist das Problem des kalten, ungemütlichen Lichts ein Forschungsschwerpunkt. In der Messkugel kontrolliert Jürgen Reichert die Lichtfarbe seines Prototypen. Sein Ziel, warmes Licht mit einem hohen Rotanteil. Mit einer komplexen Elektronik können Energiesparlampen nun auch gedimmt werden. Dafür sind rund 200 winzige Bauteile zusätzlich nötig. Erst dann funktioniert die Kommunikation zwischen der Elektronik im Sockel der Energiesparlampe und dem Dimmer. Damit die Lampen schneller angehen, haben die Wissenschaftler in den neuesten Modellen die Elektrode durch ein Magnetfeld ersetzt. Von Beginn an wird so eine große Menge UV-Licht erzeugt. Das Ergebnis, 10 Sekunden statt bisher 2 Minuten, bis die volle Leuchtkraft erreicht ist. Häufiges Ein- und Ausschalten ist für die neue Generation von Energiesparlampen kein Problem mehr. Sehr wohl problematisch ist hingegen ihre hochfrequente elektromagnetische Strahlung und die durch das Quecksilber bedingte besondere Entsorgung. Es gibt also weiterhin Verbesserungsbedarf. Ob wir es mögen oder nicht, jede Lichtinformation löst im Körper hormonelle Prozesse aus. Kaltweißes Licht liefert uns die Information, dass der Tag begonnen hat, dass wir in der Aktivität stecken, weshalb eben auch ein Hormonspiegelwechsel stattfindet. Das Schlafhormon Melatonin wird abgebaut. Das Stresshormon, umgangssprachlich Cortisol, wird aufgebaut und führt uns sozusagen in die Aktivität hinein. Warmweißes Licht liefert uns genau die gegenteilige Information. Das heißt, unser Körper produziert das Schlafhormon Melatonin und baut das Stresshormon Cortisol ab. Das führt dazu, dass wir eben ein natürliches Schlafbedürfnis haben. Verlängern wir diese Phase, mithilfe von kaltweißem künstlichen Licht verschiebt sich auch unser Schlafbedürfnis. Und das kann im Ernstfall zu Befindlichkeitsstörungen führen. Welche Wirkung Licht auf unseren Körper hat, beweist ein Experiment im VW-Werk in Wolfsburg. Schichtarbeiter wie Stefan Beitz und seine Kollegen erleben jede Nacht ein Leistungstief. Um die Arbeiter fit zu machen für die Nachtschicht, wurden in der Motorenfertigung probeweise hellere Lichtquellen installiert. Von den 130 untersuchten Personen arbeiteten die Hälfte im hellen Licht von 1500 Lux und die anderen unter der üblichen Beleuchtung von 500 Lux. Alle Aktivitäten sowie die dabei vorherrschende Lichtstärke wurden erfasst. Von einem Minicomputer am Handgelenk der Probanden. Wir haben anhand der Kurve belegbar bei einem Mitarbeiter, der in dem hell ausgeleuchteten Arbeitsbereich tätig war, einen flachen Verlauf der Melatoninkurve. Sie sehen hier die Nachtschichtphase von 22 Uhr bis 6 Uhr. Und der Kurvenverlauf des Schlafhormons ist sehr, sehr niedrig. Das heißt, er wird nicht müde während der Arbeitszeit. Das Schlafhormon steigt erst nach Schichtende an. Und zwar zu dem Zeitpunkt, wo wir auch möchten, dass sie müde werden, damit sie dann auch schlafen können. Und dieser Melatoninverlauf zeigt, dass wir die innere Uhr mit Licht beeinflussen können. Stefan Beitz und seine Nachtschichtkollegen durften nach getaner Arbeit nicht nach Hause, sondern wurden im Schlaflabor untersucht. Nur dort, abgeschirmt von störenden äußeren Einflüssen, ließ sich klären, wie sich die innere Uhr umgestellt hatte. Neben der Körpertemperatur wurde im Schlaflabor auch regelmäßig der Melatoninspiegel im Blut kontrolliert. Das hellere Licht an seinem Arbeitsplatz wertet Stefan Beitz als vollen Erfolg. Ich war fitter in der Nacht und konzentrierter bei der Arbeit und wurde erst im Feierabend richtig müde. Also, ich finde, das war eine super Sache. Helles Licht macht munter, gedämpftes Licht macht müde. So hat's die Natur für uns vorgesehen. Mehr zu natürlichem Licht, jetzt, in Wissen aktuell. Nichts ist so schnell wie das Licht. Je mehr wir über dieses Phänomen wissen, desto rätselhafter erscheint es uns. Lichtstrahlen sind es auch, die den Londoner Augenarzt und Physiker Thomas Young Anfang des 19. Jahrhunderts nicht mehr loslassen. Um das Geheimnis des Lichts dreht sich seit Jahren seine Arbeit. Seit der Antike widersprechen sich zwei große Theorien. Ist Licht nun eine Welle oder die Summe winziger Teilchen? Isaac Newton hat Licht als Teilchenstrom definiert. Doch Young wagt, ihm zu widersprechen. Für ihn hat Licht viel zu viele Eigenschaften einer klassischen Welle, wie Beugung und Brechung. Gerade diese alltäglichen physikalischen Effekte lassen sich mit Newtons Modell nicht erklären. Young geht den schwierigen Weg und will Newtons Theorie des Lichts widerlegen. 1802 führen seine Überlegungen zu einem Versuchsaufbau, der später als der Doppelspaltversuch in die Wissenschaftsgeschichte eingeht. Mit einem Spiegel leitet Young den Lichteinstrahl, der durch einen schmalen Fensterspalt in sein Labor fällt. Das Experiment kann nur mit Licht von möglichst einer Wellenlänge gelingen. Durch den Spalt im Fenster fällt gerade so viel Licht, dass es gleichmäßig genug für den Versuch ist. Eine schmale Karte, 20 mm breit, teilt den nur wenige Millimeter breiteren Strahl in zwei Lichtquellen auf, die sich überlagern. Und es entsteht ein Effekt, den Young sehr gut kennt. Ein Interferenzmuster, wie es nur Wellen erzeugen können. Die Wellen des Lichtstrahls treffen auf ein Hindernis. Ein Teil der Wellenfront wird am Fortgang gehindert, ein anderer Teil durchgelassen. Die Beugung entsteht dadurch, dass ein Teil der Wellen um das Hindernis herum gelenkt wird. Die beiden Lichtstrahlen überlagern sich und ergeben ein typisches Wellenmuster. Dieser Effekt war Young bekannt, nur nicht im Zusammenhang mit Licht. Eine Entdeckung, die ihn in seinen Überlegungen bestätigt. Nur braucht die Veröffentlichung seiner Ergebnisse viel Mut. Mut, sich als einfacher Augenarzt gegen den großen Isaac Newton zu stellen. Die neuen Regeln müssen also lauten, Licht könnte aus Teilchen bestehen, aber auf jeden Fall verhält sich Licht wie eine Welle. Der Welle-Teilchen-Dualismus ist formuliert. Licht ist also beides, Welle und Teilchen. Besser gesagt, Teilchen, die sich auf einer Welle durch den Raum bewegen. Doch damit ist noch längst nicht alles erklärt. Licht steht auch über 200 Jahre nach dem Doppelspaltversuch im Mittelpunkt der Forschung. Mehr als Young es sich jemals erträumt hätte. Den Stuttgarter Physiker und Informatiker Daniel Weißkopf fasziniert vor allem die Geschwindigkeit des Lichts. Lichtgeschwindigkeit ist eigentlich das absolute Tempolimit in der physikalischen Welt. Das heißt, massive Körper können sich auf jeden Fall nicht schneller als Lichtgeschwindigkeit bewegen. Sie können sogar die Lichtgeschwindigkeit gar nicht erreichen. Also man kann zwar nah an die Lichtgeschwindigkeit kommen, aber exakt die Lichtgeschwindigkeit erreicht eben nur Licht. Wie sähe die Welt aus, wenn wir uns mit Lichtgeschwindigkeit bewegen würden? Daniel Weißkopf beschäftigt sich mit diesem Problem, damit wir das Prinzip Licht besser verstehen können. Wenn wir uns fast so schnell wie das Licht bewegen, sammeln wir dabei auch Lichtstrahlen von Gegenständen ein, die eigentlich schon hinter uns liegen. Das jedenfalls behauptet Albert Einstein in seiner Relativitätstheorie. Weißkopf folgert daraus, für eine Fahrt mit Lichtgeschwindigkeit müsste man ein Panorama aufnehmen und gibt eine solche Panoramakamera in Auftrag. Fünf einzelne Kameras bilden die Panoramakamera. Ihre Bilder sollen Aufschluss geben über eine der wichtigsten Naturkonstanten der physikalischen Welt, der Lichtgeschwindigkeit im Vakuum. Im Berufsverkehr von Frankfurt beginnt das Experiment. Ziel ist es, die Welt aus der Sicht eines Lichtstrahls zu beobachten, bei knapp 300.000 Kilometern in der Sekunde. Alle fünf Kameras zeichnen überlappend auf, zur Seite, nach vorne und sogar ein bisschen nach hinten. Und das soll nun mehr als eine Milliarde Stundenkilometer sein? Also es gibt eben diese physikalischen Grenzen, dass ich die Lichtgeschwindigkeit nicht erreichen kann. Ich kann aber physikalisch gesehen beliebig nah rankommen. Es gibt natürlich, weil ich diese Energien benötige, um weiter zu beschleunigen, auch technische und finanzielle Grenzen. Das heißt, ich bräuchte sehr, sehr viel Energie, die erstens technisch nicht realisierbar wäre in einem Raumschiff. Und zum Zweiten bräuchte ich natürlich auch immens viel Geld, um sowas zu bauen, selbst wenn es technisch realisierbar wäre. Das heißt, an dieser Stelle bräuchte man dann Visualisierung, um solche Dinge zu visualisieren und zu simulieren, die man in der Realität eben nicht bauen kann. Gut 100 Jahre zuvor stößt ein Forscher der Deutschen Physikalischen Gesellschaft ebenfalls an Grenzen. Auf Computersimulationen kann er nicht zurückgreifen. Die Formeln, die es zu seiner Zeit überlegt gibt, widersprechen einem Experiment, das damals in zahlreichen Laboren durchgeführt wird. Max Planck brütet um das Jahr 1900 herum über Ergebnissen von Gustav Robert Kirchhoff. Dieser beschäftigte sich mit einer Apparatur, die aus Wärme Licht herstellen kann. Auch Planck verfügt über einen sogenannten Hohlraumstrahler. Eine gedrehte Wärmespindel ist im Inneren einer absolut schwarzen Röhre aufgewickelt. Die Drähte der Wärmespindel werden beheizt und es entsteht eine konstante Temperatur im Inneren. Aus der Öffnung dringt dann elektromagnetische Strahlung in Form von Licht. Planck arbeitet an einem Strahlungsgesetz, mit dem Forscher dieses Licht berechnen können. Beim Aufheizen des schwarzen Körpers wird die Energie der Strahlung absorbiert und es entsteht Licht verschiedener Farben, das heißt von unterschiedlicher Wellenlänge. Max Planck überrascht, dass auch ultraviolettes Licht aus dem Strahler kommt. Denn die Formeln dieser Zeit sagen, um Licht dieses Spektrums zu erreichen, bräuchte man unendlich viel Energie. Unendlich viel. Planck kann das Ergebnis des Experiments nicht ignorieren und muss daher den Regeln der Physik seiner Zeit widersprechen. Es kann nicht sein, so Planck, dass Licht seine Energie kontinuierlich abgibt. Denn dann müsste ultraviolettes Licht unendlich viel Energie abstrahlen. Also entwickelt er, oder besser gesagt behauptet er, eine neue Konstante. Das sogenannte Planck'sche Wirkungsquantum erblickt das Licht der Welt. H wie Hilf, nennt Planck seine Zahl. Es ist die Geburtsstunde der Quantenmechanik. Aber es sollte noch bis 1905 dauern, bis ein Physiker namens Albert Einstein Plancks Ergebnisse richtig deutet und beweist. Licht gibt seine Energie nicht kontinuierlich ab, wie es einer Welle entsprechen würde, sondern in kleinen Päckchen, sogenannten Quanten. 1918 erhält Planck den Nobelpreis für Physik, Einstein 1921. Heute scheint das Geheimnis des Lichts entschlüsselt. Licht auf Knopfdruck ist selbstverständlich. Trotzdem verblüffen die neuesten Erkenntnisse. Daniel Weißkopf hat die ersten Bilder seiner Panoramakamera ausgewertet. Das bedeutet, er berechnet die relativistischen Effekte, die bei zunehmender Beschleunigung entstehen müssten. Die Überraschung? Die Bilder sind seltsam eingefärbt und zu hell. Und das bei gerade mal 10% der Lichtgeschwindigkeit. Ist das Bild kaputt? Nein, das Bild ist nicht kaputt. Also was man dort sieht, ist der Doppler-Effekt. Der Doppler-Effekt physikalisch gesehen bewirkt eine Wellenlängeänderung des Lichts. In dem Fall bewegen wir uns ja auf die Objekte zu, mit hoher Geschwindigkeit, und dadurch verkürzt sich die Wellenlänge. Oder wenn man das im Photonbild anschaut, erhöht sich die Energie der Photon. Bei einer Bewegung zueinander hin, stauchen sich also die Wellen und verschieben sich ins Blaue. Diese Frequenzänderung kennen wir von Schallwellen. Bei einer Bewegung voneinander weg, passiert der umgekehrte Effekt. Die Wellen ziehen sich auseinander und verschieben sich in den langwelligen Infrarotbereich. Angaben wie die Wellenlänge des Lichts, die Zeit, die Masse von Teilchen, die wir messen, sind relativ, sagt Einstein, abhängig von den Beobachtungsbedingungen. Die einzige Konstante im Universum ist die Geschwindigkeit des Lichts im Vakuum. Die Photonen tragen eben keine Ruhemasse. Das zeichnet sie aus im Vergleich zu anderen Teilchen. Wenn ich jetzt zum Beispiel atomare Bestandteile anschaue, die haben alle eine Ruhemasse. Und wegen dieser Eigenschaft, dass sie eine Ruhemasse tragen, benötigen sie weitere Energie, um beschleunigt zu werden. Photonen im Gegensatz, sie haben eben keine Ruhemasse und bewegen sich deswegen natürlich mit dieser Lichtgeschwindigkeit. Wenn ein Photon in die Welt blicken könnte, würde es die Welt durch eine helle und blaue Brille sehen. Die geraden Linien der Hochhäuser würden sich verbiegen, weil die Geschwindigkeit des Lichts endlich ist. Weil die einzelnen Lichtteilchen je nach Ort ihrer Abstrahlung unterschiedlich schnell auf unserer Netzhaut ankommen. Doch bedingt durch den Doppler-Effekt wird das Bild so hell, dass wir nichts mehr erkennen können. Da wäre es natürlich schön, wenn man auf die Farbverschiebung und die extreme Helligkeit verzichten könnte. Hier kommt die Simulation zum Einsatz. Unerwünschte Effekte kann Daniel Weißkopf einfach ausblenden. Und die relativistischen Bedingungen einer Fahrt mit Lichtgeschwindigkeit damit fürs menschliche Auge wahrnehmbar machen. Die unvorstellbare Geschwindigkeit von Licht machen sich moderne Anwendungen zunutze. Während Yang noch Mühe hatte, überhaupt gleichmäßiges Licht herzustellen, benutzt man heute Laser. Sie strahlen Licht von exakt einer einzigen Wellenlänge aus. Einer der größten Laser der Welt heißt Felix. Ein Laserstrahl, nicht stärker als die eines CD-Players, ist der Beginn von Felix. Doch er wird so oft verstärkt, bis er eine unbeschreibliche Leistung besitzt. Also wenn man die Leistung mal ausdrücken möchte, das ist ungefähr so viel wie eine Million Großkraftwerke liefern könnten. So viel liefert Felix, allerdings natürlich nur für ganz kurze Zeit. Ein Laser, mit dem die Forscher verstehen wollen, wie sich Materie unter extrem heißen Temperaturen und hohem Druck verhält. Das gesamte Licht von Felix soll auf kleinster Fläche entladen werden. Ziel ist eine Goldkugel, um die Hälfte kleiner als ein Stecknadelkopf. Das gelingt nur dank einer einzigartigen Fähigkeit des Lichts. Das Schöne an Licht ist im Gegensatz zu Teilchen, aus denen wir bestehen, ist, ich kann beliebig viel Licht auf beliebig kleinem Raum konzentrieren. Also wir haben ja immer das Problem, wenn wir morgens zur Arbeit fahren, der Bus ist voll. Und da, wo viele Leute drin sind, geht einfach keiner mehr rein. Bei Licht ist das anders. Ich kann beliebig viele Photonen, also Lichtteilchen, auf winzigen Bruchteilen eines Kubikmikrometers fokussieren. Und dadurch kann ich also unendlich viel Licht theoretisch auf winzigen Raum konzentrieren und somit sozusagen die Energie jedes einzelnen Teilchens dazu addieren. Und damit erreiche ich diese riesigen Intensitäten. Der Trick bei allen Lasersystemen ist, dass man versucht, Energie in Raum und Zeit so stark wie irgend möglich zu konzentrieren. Die in riesigen Kondensatoren gespeicherte Energie wird innerhalb kürzester Zeit entladen. Dadurch ist seine Leistung so gewaltig. Im Gegensatz zur verbrauchten Energie. Wenn man die gesamte Energie von dem Felix-Laser nimmt, dann entspricht die Energie, die ist weitaus geringer als das, was wir morgens in Form eines Marmeladenbrots zu uns nehmen. Nur für das Marmeladenbrot brauchen wir typischerweise drei bis fünf Minuten, wenn wir das in Ruhe essen wollen. Während der Felix-Laser eben diese Energie in wenigen Milliardstel Sekunden umsetzt. Und insofern erreichen wir höhere Temperaturen, als die Gott sei Dank bei uns im Magen auftreten. Ein einziger Lichtstrahl genügt, um Materie zu Plasma verdampfen zu lassen. Mehr zu den vielfältigen Möglichkeiten von Lasern jetzt in Wissen Aktuell. Das strahlende Universum. Licht. Das Thema heute Abend in Wissen Aktuell. Und so geht's weiter. Das verkannte Lichtwunder. Warum die Erfindung des Lasers anfangs unterschätzt wurde. Quantensprung. Wo Lasertechnologie heute eingesetzt wird. Und UV-Licht. Die große Energie der kurzen Welle. Die nächsten drei Themen hier in Dreisat. Zuerst zwei Beiträge über Geschichte und Einsatz des Lasers. Und danach das UV-Licht kurz belichtet. Jetzt in Wissen Aktuell. Bereits 1917 beschrieb Einstein die theoretischen Grundlagen, die einmal zur Erfindung des Lasers führen sollten. Einstein hielt es für denkbar, Licht zu vervielfältigen. Damit würde es möglich sein, eine Lichtquelle zu schaffen, die Licht geordnet, gebündelt und mit faszinierenden Eigenschaften aussendet. Vier Jahre später, 1921, erhielt Einstein für seine bahnbrechenden Theorien zum Licht den Nobelpreis für Physik. Es waren die Amerikaner Towns sowie die Russen Bassov und Prokorov vom Libedev-Institut in Moskau, die 43 Jahre später Einsteins Ideen zu Ende dachten. 1964 nahmen sie dafür den Nobelpreis entgegen. Nur vier Jahre vorher, 1960, hatte die Welt schon auf die zukunftsträchtige Erfindung geblickt, die auf diesen theoretischen Grundlagen beruhte. Doch noch wusste man nicht so recht, wozu die neue Erfindung gut sein sollte. Eine Erfindung auf der Suche nach einer Anwendung, spottete selbst die Fachpresse. Doch der Leser war, ähnlich dem Mikrochip, eine Erfindung, die ihre Anwendungsgebiete in allen Bereichen des modernen Lebens und Schaffens finden sollte. Eine Erfindung, die selbst Innovationen auslöste. Der Leser trat einen unaufhaltsamen Siegeszug an. Das Wort Leser ist ein Kunstbegriff, der in kurzer Form die Wirkungsweise des Gerätes beschreibt. Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation. Das heißt auf Deutsch Lichtverstärkung durch stimulierte Emission von Strahlung. Wie andere Lichtquellen auch, wandelt der Leser Energie in Licht um. Bei dem hier gezeigten Festkörperlaser wird einem Kristall Energie in Form von Licht zugeführt. Man spricht dabei vom Pumpen des Lasers. Dieses Pumplicht kann bestimmte Teilchen im Lasermedium anregen, das heißt mit Energie aufladen. Nach einer Weile geben die angeregten Teilchen ihre Energie spontan wieder ab, indem sie ein neues Lichtquant in beliebige Richtungen aussenden. Dieser Prozess der Teilchenanregung und der spontanen Lichtaussendung findet überall statt. Auch das Licht der Glühlampe und der Sonne entsteht durch Anregung von Teilchen und anschließender spontaner Aussendung von Licht. Der Lasereffekt dagegen kann erst dann auftreten, wenn bei sehr hoher Pumpleistung in speziellen Stoffen fast alle Teilchen angeregt werden. Diesen Zustand nennt man Inversion, quasi die Umkehr der natürlichen Verhältnisse. Denn dann ist die Wahrscheinlichkeit groß genug, dass ein Teilchen von einem Lichtquant eines anderen Teilchens getroffen wird, bevor es selbst spontan Licht aussenden kann. Das einfallende Lichtquant stimuliert das Teilchen dazu, ein identisches Lichtquant auszusenden. Identisch heißt hier, dass die Schwingungen beider Lichtquanten synchronisiert sind und auch die Ausbreitungsrichtung die gleiche ist. Dieser Prozess heißt stimulierte Emissionen. Das Lasermedium befindet sich zwischen zwei Spiegeln, so dass das Licht immer wieder zurückgeworfen und damit lawinenartig verstärkt wird. Um die Laserstrahlung nutzen zu können, ist einer der Spiegel teildurchlässig. Das Laserlicht stellt eine Strahlung von höchster Qualität dar, die sonst in der Natur nicht vorkommt. Das Laserlicht ist von exakt einer Wellenlänge, also einfarbig, und lässt sich sehr gut fokussieren. Der Laser sei eine Erfindung auf der Suche nach einer Anwendung, hatte man gespottet, doch in Wahrheit war der Laser die Erfindung, auf die man lange gewartet hatte. Weil man sie für den technischen Fortschritt in anderen Gebieten dringend brauchte. Nahezu überall. Schon heute sind Laser der neuesten Generation, sogenannte Diodenlaser, kaum größer als eine Streichholzschachtel. Und dabei fast genauso leistungsstark wie die ersten Laser für die Materialbearbeitung, die so groß wie ein Schiffsdiesel waren. Vergleichbar mit der rasanten Entwicklung des Computers sind Wissenschaftler auf der ganzen Welt dabei, den Laser ständig kleiner und effektiver zu machen. Die Faszination des Werkzeugs Licht ist ungebrochen. Die Entwicklung des Lasers noch lange nicht abgeschlossen. Genau genommen steht die Laser-Entwicklung noch immer erst am Anfang. 2005 gab es den Nobelpreis für Physik für eine bahnbrechende Arbeit im Bereich des Lasers. Den sogenannten Frequenz-Cam-Generator, entwickelt von Theodor W. Hensch, Direktor am Max-Planck-Institut für Quantenoptik in Garching. Der Frequenz-Cam-Generator ist ein kompaktes Lasersystem, das die verschiedenen Frequenzen des Lichts mit feinen schwarzen Linien markiert. Und all die Millionen, Milliarden Schwingungen pro Sekunde kann man nun präzise messen und nach Bedarf erzeugen. Ein Quantensprung in der Beherrschung des Werkzeugs Licht. Eine wichtige Anwendung ist die Vervielfachung der Datenübertragung mit Licht. Man kann das machen, indem man verschiedene Farben gleichzeitig benutzt, die man aber unterscheiden können muss und die man bestimmen können muss. Und mit Hilfe unserer Technik wird es in Zukunft möglich sein, vielleicht Hunderttausende von verschiedenen Farben gleichzeitig zur Informationsübertragung einzusetzen. Der schnellste Laser der Welt, ebenfalls am Max-Planck-Institut für Quantenoptik, sendet Lichtimpulse im Atto-Sekunden-Bereich. Eine Atto-Sekunde besteht aus 0, 0, 0. Dann noch einmal, 0, 0. Dann hier noch einmal, das sind 9, das sind 12. Und das ist genau eine Atto-Sekunde. Und im Augenblick können wir Röntgenlichtblitze erzeugen, die 250 Atto-Sekunden lang sind. Das Verhältnis von einer Atto-Sekunde zu einer Sekunde ist ungefähr gleich zum Verhältnis von einer Sekunde zum Alter des Universums. Anders ausgedrückt, in der Atto-Welt dauert eine Sekunde so lange, wie in unserer Welt, das Alter des Universums. Unglaublich. Und so kann Ferenc Kraus auch erstmals die Schwingungen von Licht abbilden. Die Frequenz von Licht mit Licht sichtbar machen. In dieser Vakuumkammer kommen die Atto-Sekunden-Pulse zum Einsatz und werden zum Fotografieren der Vorgänge im Innenleben, im inneren Bereich des Atoms eingesetzt. Dass diese Kamera in der Tat eine Atto-Sekunden-Auflösung hat, kann man daran ablesen, dass wir in der Lage sind, die Schwingungen in unserem Lichtpuls mit dem Atto-Sekunden-Pulse abzuscannen und auf diese Weise sichtbar zu machen. Eine Lichtschwingung hier dauert in etwa eine Femto-Sekunde. Die Femto-Sekunde war bisher die kürzeste Einheit bei Laserpulsen. Mit dem Atto-Sekunden-Laser können die Wissenschaftler nun Vorgänge im Inneren von Atomen sichtbar machen. Wenn das mal nicht wieder einen Nobelpreis wert ist. Licht ist nichts anderes als elektromagnetische Strahlung. Je nach seiner Wellenlänge können wir Menschen es sehen oder auch nicht. Wellenlängen von 780 Nanometer und mehr, das ist die Infrarotstrahlung, sind für uns mit den Augen nicht wahrnehmbar. Wellen kürzer als 400 Nanometer werden als UV-Strahlen bezeichnet und auch sie sind für uns unsichtbar. Aus rein physikalischer Sicht gibt es eigentlich keinerlei prinzipiellen Unterschiede zwischen UV-Licht und sichtbarem Licht. Außer, dass je kürzer die Wellenlänge wird, je mehr Energie wird mit dieser Wellenlänge transportiert. Und je mehr Energie ich eben transportiere, umso andere Effekte kann ich dann auch erzielen. Bereits heute beherrscht die kurze Welle so manchen Dreck. Mit kurzwelliger UV-Strahlung kann man wassereffizient reinigen, ohne Chemikalien wie zum Beispiel das umweltbelastende Chlor. In abgekapselten Anlagen beleuchten spezielle UV-Strahler das Abwasser und desinfizieren es. Sie sehen, wie einfache Leuchtstoffröhren aus. Im Betrieb aber wirken sie so intensiv, dass Menschen schon nach wenigen Sekunden Bestrahlung schwere Verbrennungen hätten. Dafür verantwortlich sind die Photonen, extrem energiereiche Lichtteilchen, die von den UV-Quellen abgestrahlt werden. Mikroorganismen werden bei bestimmten Wellenlängen durch die Photonen getötet. Und genau hierauf basiert die Wasserdesinfektion per UV-Strahlung. Treffen die schnellen Energieteilchen auf die Mikroorganismen, zerstören sie ihre Erbanlagen. Dadurch kommt es früher oder später zum Absterben des Organismus. Die Versorgung der Menschheit mit sauberem Trinkwasser ist extrem und ein Markt mit hohen Zuwachsraten und langfristiger Perspektive. Umweltfreundlichen Verfahren wie der UV-Desinfektion gehört die Zukunft. Denn sie sind überall anwendbar und verringern den Einsatz von Chemikalien. Einen Nachteil hat der UV-Zaubertrick. Die Herstellung von geeigneten Strahlern ist kompliziert und technisch sehr aufwendig. Damit sich ein solcher Strahler im industriellen Einsatz rentiert, muss er eine Lebensdauer von 10.000 bis 15.000 Betriebsstunden haben. Das ist nur möglich, wenn man ausgesuchte Materialien von höchster Qualität verwendet. Die Ausfall der Materialien bestimmt auch die Wellenlänge, die der Strahler abgibt. Und die muss für die Wasserdesinfektion exakt bei 254 Nanometer liegen. Andere Materialien und die Veränderung von Temperatur und Druck im Strahler ergeben kürzere Wellenlängen mit anderen Wirkungen. So bekämpfen UV-Strahler mit 185 Nanometer Wellen keine Mikroorganismen. Dafür reinigen sie Abwässer von Kohlenwasserstoffen und sie können sogar Dioxine zerstören. Auch wenn manch einer nur an Solarien denkt, wenn er UV-Licht hört, die Möglichkeiten der kurzen Welle sind ungeheuer vielfältig. Eine Zukunftsanwendung ist das Lackieren. Derzeitige Lackierverfahren sind oft gesundheitsschädlich, sie benötigen Lösungsmittel. Und die Trocknung durch Hitze kostet viel Energie und Zeit. Ohne Lacke aber geht es nicht. Sie sind Schutzmantel und Schmuck zugleich. Seit Jahrzehnten suchen die Experten nach umweltschonenden Rezepturen für diese wichtigen chemischen Oberflächen. Jetzt könnte die UV-Technologie eine endgültige Lösung bieten. Es gibt neue, lichtempfindliche Lacke, die unter Einwirkung von energiereicher UV-Strahlung in Sekundenbruchteilen härten. Vor allem die Automobilindustrie setzt auf diese Technologie und die Ergebnisse der Forschung sind beeindruckend. Dieser Tropfen Spezialkunststoff, der in flüssiger Form aus der Versuchsanlage fällt, wird durch Lichtblitze so schnell getrocknet, dass er als feste Klarlackkugel den Boden erreicht. Bei BASF in Münster werden schon komplette Autoteile mithilfe von UV-Strahlung lackiert. Bei komplexen Formen wie einer Autotür ist die Lackierung per Licht allerdings noch sehr schwierig. Die Strahlung muss für eine gleichmäßige Trocknung jeden einzelnen Punkt des Objekts erreichen und das innerhalb von Sekunden. Bei glatten Oberflächen wie Arbeits- oder Schreibtischflächen in der Möbelindustrie wird das energiesparende Verfahren schon eingesetzt. UV-Technologien können helfen, Natur und Umwelt zu entlasten. Sie können technische Produkte veredeln. Aber ihre wahre Zukunft hat die kurze Welle anderswo. In der Halbleiterindustrie läuft schon heute nichts mehr ohne UV-Strahlung. Computerchips werden durch lithografische Verfahren erzeugt und die arbeiten ausschließlich mit kurzwelligem Licht. Für den Prozessor von morgen versuchen die Wissenschaftler ständig, dessen Strukturen zu verkleinern. Kleinere Strukturen auf gleicher Fläche. Das bedeutet, der Chip wird schneller und damit leistungsfähiger. Bei der Mikrolithographie projiziert eine Lichtquelle die Grundstruktur der Schaltungen von der sogenannten Maske durch Linsensysteme auf Silizium-Wafer, aus denen die Chips gemacht werden. Das physikalische Grundprinzip dabei, je kürzer die Wellenlänge des eingesetzten Lichtes, desto kleiner die Struktur, die erzeugt werden kann. Waren 248 Nanometer Laser bis vor kurzem Stand der Technik, stellt die Halbleiterindustrie derzeit in großem Umfang auf noch kurzwelligere Geräte, die 193 Nanometer Laser, um. Alle UV-Wellenlängen befinden sich in dem Bereich des Lichtspektrums, den das menschliche Auge nicht wahrnehmen kann. Daher ist ein großer Aufwand an Messgeräten erforderlich, um den exakten Betrieb eines solchen Lasers zu überwachen. Prozesse mit UV-Licht werden bei abnehmender Wellenlänge immer problematischer. Der Bereich des Spektrums unterhalb von 200 Nanometern wird auch Vakuum-UV genannt, da die kurzwellige Strahlung von normaler Luftatmosphäre einfach geschluckt wird. In der Praxis führt dieses Phänomen dazu, dass die Laser in einer reinen Stickstoffatmosphäre oder besser noch in einem Vakuum arbeiten müssen. Zusätzlich muss die Lithographie-Optik angepasst werden, denn auch normales Glas würde diese besonders kurzwelligen Strahlen einfach verschlucken. Bei der Firma Carl Zeiss in Oberkochen stellt man spezielle Objektive für die 193 Nanometer Lithographie her. Insgesamt 30 Linsen aus Quarzglas und Calciumfluorid sind in dieser Optik enthalten. Das Kunststück ist, bei diesem aufwendigen optischen Aufbau trotzdem noch exakte Strukturen im Nanometer-Bereich auf den Chips zu erzeugen. Denn je kurzwelliger das Licht, je kleiner also die Strukturen, die erzeugt werden sollen, desto fataler wirken sich Ungenauigkeiten im Belichtungsprozess aus. Das kostbare Material für die Speziallinsen beziehen die Zeiss-Mitarbeiter von anderen Firmen aus der Glasbranche. Bei der Firma Schott zum Beispiel werden in einem komplizierten Prozess riesige Calciumfluorid-Einkristalle gezüchtet. Innerhalb von wenigen Wochen bringen sie über 100 Kilogramm auf die Waage. Trotz ihrer Größe ist die atomare Struktur dieser Kristalle völlig einheitlich. Daher auch ihr Name. Diese hochreinen Materialien werden als Rohlinge an die Firma Zeiss geliefert und dort weiterverarbeitet. Das ist zunächst einmal eine Schwierigkeit, überhaupt Material mit ausreichender Qualität zu bekommen. Und dann natürlich die Bearbeitung dieses Materials besteht, stellt eine große Herausforderung dar. Wir müssen uns also darauf einstellen, dass wir neue Materialien bearbeiten können. Die Linsen müssen mit höchster Genauigkeit poliert werden. Denn die Maximalabweichungen an der Linsenoberfläche dürfen nur wenige Millionstel Millimeter betragen. Größere Unebenheiten würden dazu führen, dass die UV-Strahlen abgelenkt werden und streuen. Damit aber wäre eine scharfe Abbildung der winzigen Strukturen nicht mehr möglich. Mit den 193 Nanometer Objektiven kann man inzwischen Computerchips herstellen, die in ihrer Einzelstruktur nur noch aus 200 Atomen bestehen. Und weitere Verkleinerungen sind schon geplant. Die Rechner der Zukunft jedoch werden ohne Elektronik auskommen und mit Licht rechnen. Doch davon später mehr in Wissen aktuell. Das strahlende Universum. Licht. Das Thema heute Abend in Wissen aktuell. Und so geht's weiter. Rotlicht-Milieu. Wofür Insekten infrarote Strahlung nutzen. Lichtblick. Wie sich die Schleier des Universums lüften. Und ans Licht geholt. Wie Wissenschaftler dunkle Materie sichtbar machen. Die Themen der nächsten Dreiviertelstunde hier in Dreisert. Zuerst Experimente im Infrarotlicht-Milieu. Und danach zwei Ausflüge ins Universum. Jetzt in Wissen aktuell. Eine Infrarotkamera blickt hinaus in die Nacht. Sie sieht, was dem menschlichen Auge verborgen bleibt. Eine Welt aus Wärme. Gegenstände geben Infrarot- oder Wärmestrahlung ab. Für uns Menschen wird diese nur durch eine aufwendige Technik sichtbar. Und die Bilder aus den Wärmewelten werden immer präziser und detaillierter. Genutzt wird der Blick ins Rotlicht-Milieu von Industrie, Medizin und sogar von der Astronomie. Die verheerenden Waldbrände vom Sommer 2007 in Griechenland. Diese Wärmestrahlung sieht man mit bloßem Auge. Nur leider erst dann, wenn es zu spät ist. Am Zentrum für Luft- und Raumfahrt wurde der Infrarot-Kleinsatellit BIRD entwickelt. Dieser Hightech-Feuermelder soll vom All aus Großfeuer- oder Vulkanausbrüche auf der Erde entdecken und fotografieren. Ein Prototyp ist seit 2001 in der Umlaufbahn und funktioniert einwandfrei. Trotzdem werden im Labor die Komponenten ständig untersucht und weiterentwickelt. Die technische Herausforderung für die Forscher? In einem Würfel von nur 60 cm Kantenlänge muss die aufwendige Infrarot-Technik mitsamt Energieversorgung und Tiefkühlung untergebracht werden. BIRD versorgt sich im All durch Sonnenkollektoren und speichert die Energie für Kühlung, Infrarot-Kameras und Bordcomputer in Spezialbatterien. Auf dem nur 95 Kilo schweren Kleinsatelliten sind zwei Infrarot-Kameras für unterschiedliche Wellenlängen installiert. Sie müssen im All auf minus 200 Grad gekühlt werden, damit sie im Einsatz nicht ihre eigene Betriebstemperatur messen und sich damit irritieren. Diese Kühlung funktioniert bei BIRD nicht mit flüssigem Helium, sondern mechanisch, wie bei einem Kühlschrank. Die Berliner Forscher sind stolz, dass sie die schwierigen technischen Probleme lösen konnten. Im Oktober 2001 wurde BIRD von einer indischen Trägerrakete in seine Umlaufbahn in 570 Kilometer Höhe gebracht. Per Sonnensegel mit Energieversorgt sucht er seitdem die Erdoberfläche nach sogenannten Hochtemperaturereignissen, sprich Wald- und Steppenbränden, ab. Gemessen werden die Ausdehnung der Feuer und sogar deren Hitze. Die Daten werden an Bord gespeichert und an bestimmte Empfängerstationen zur Erde gefunkt. Mit BIRD können die Forscher Feuer ab einer Größe von nur 15 Quadratmeter entdecken. Der Satellit soll die Brände orten, fotografieren und ihre Auswirkungen auf das Erdklima berechnen. Gesteuert wird BIRD über das deutsche Raumfahrtkontrollzentrum des DLR im bayerischen Oberpfaffenhofen. Doch so leistungsfähig der Feuersatellit auch ist, sein Aktionsradius ist begrenzt. Er kann nicht überall gleichzeitig sein. Die verheerenden Feuer des Sommers 2007 haben die Überlegungen, eine ganze Flotte solcher Feuermelder-Satelliten ins All zu schießen, neu entfacht. Die Beobachtung der Erde per Satelliteninfrarottechnik wird immer wichtiger für die Klimaforschung. Gleich neben dem Raumfahrtkontrollzentrum in Oberpfaffenhofen arbeiten Spezialisten des DLR schon heute an der Auswertung großer Mengen Infrarotdaten. Diese stammen von modernen Umweltsatelliten wie Envisat. Durch neu entwickelte Rechenprogramme und Visualisierungstechniken kann man aus den Infrarotdaten immer besser ersehen, ob und wie sich die Erde erwärmt. Der scharfe Blick von oben ersetzt das mühsame Messen vom Boden aus und zeigt exakte Temperaturverläufe und Verteilungen auch über längere Zeiträume hinweg. Die Erdbeobachtung per Satelliteninfrarottechnik? Die enormen Möglichkeiten dieses Ansatzes werden gerade erst erkannt. Auf der Erde selbst war Infrarottechnik bis vor circa zehn Jahren vor allem eine Sache der Militärs und unterlag damit strikter Geheimhaltung. Klarer Schwerpunkt der militärischen Forschung war dabei die Entwicklung immer besserer Nachtsichtgeräte und Wärmebildkameras. Auch Wissenschaftler des Fraunhofer-Instituts für angewandte Festkörperphysik in Freiburg wurden aus diesem Grund viele Jahre durch das deutsche Verteidigungsministerium gefördert. Es gelang ihnen, den empfindlichsten Infrarotdetektorchip der Welt zu entwickeln. Absolut gleichmäßig, quasi atomgenau, müssen die extrem dünnen Beschichtungen des Chips verteilt sein. Jeder noch so kleine Materialfehler würde die exakte Messung der Infrarotstrahlung stark beeinträchtigen. Zusammen mit der entsprechenden Software liefert der Chip dann hochaufgelöste Wärmebilder, die man zusätzlich zu den klassischen Anwendungen in der Nachtsichttechnik und in der Überwachung auch im zivilen Bereich nutzen kann. Denn das Know-how der Freiburger Forscher ist inzwischen auch für die zivile Forschung freigegeben. Und so entwickelte die Erlanger Firma Thermosensorik mithilfe des neuen Detektorchips eigene Wärmebildkameras, unter anderem die schnellste Infrarotkamera der Welt. Die soll jedoch nicht im Krieg eingesetzt werden, sondern zur Qualitätskontrolle in der industriellen Produktion. Zerstörungsfreie Materialprüfung. Vor allem die Automobilindustrie ist an diesem neuen Ansatz interessiert. Hier soll zum Beispiel ein Karosserie-Teil auf die Qualität seiner Schweißnähte hin untersucht werden. Dazu wird es durch ein starkes Blitzgerät kurz erhitzt. Die superschnelle Infrarotkamera hält diesen Vorgang fest. Sie ist in der Lage, mehrere hundert Wärmebilder pro Sekunde zu machen. So kann sie den Wärmetransport innerhalb des metallischen Werkstücks beobachten und wiedergeben. Unterbrechungen der Temperaturverteilung zeigen dann Material- oder Verarbeitungsfehler an. Dem Augenschein nach sind alle Schweißnähte gut. Aber die Wärmebildkamera zeigt, wie sauber die Arbeit des Schweißroboters wirklich ist. Nicht immer geht es um Geschwindigkeit. Bei diesem Belastungstest soll per Infrarotkamera eine Lebensdauerprognose für ein Bauteil erstellt werden, ohne dies zu zerstören. Dafür wird es mechanisch unter Spannung gesetzt. Durch die Belastung ändert sich die Temperatur im Innern des metallischen Werkstücks nur um wenige Hundertstel Grad. Doch für die Infrarotkamera sind sogar diese minimalen Temperaturschwankungen sichtbar. Zerstörungsfreie Werkstoffprüfung per Infrarot, eine neue Technologie mit großen Zukunftschancen. Allerdings sind diese High-Speed-Infrarotkameras noch extrem teuer. Bis zu 100.000 Euro kostet eine Kamera. Dafür liefern sie aber faszinierende Einblicke in die Welt der Wärme. Diese Bilder zeigen deutlich, die modernen Infrarotanwendungen haben sich schon weit von der ursprünglichen Militärtechnologie entfernt. Und die Entwicklung geht weiter. Neben der Industrie haben inzwischen auch die Biologie und die Medizin das enorme Potenzial des Infrarotlichtes entdeckt. Am Institut für Physikalische Chemie der Universität Bochum setzt man auf neue Verfahren der Mikroskopie mithilfe von Infrarotstrahlung. In diesem Labor nutzen die Forscher einen selbstentwickelten, extrem leistungsfähigen Infrarotlaser als Strahlungsquelle, gekoppelt mit einem speziellen Mikroskop. Mit dieser neuartigen Anordnung untersuchen die Wissenschaftler einzelne Körperzellen. Das Besondere, durch die Infrarotstrahlung werden die Zellen während der Untersuchung nicht belastet. Das heißt, sie können weiterleben, mehrere Stunden lang. So können die Forscher Medikamente zuführen und sofort unter dem Mikroskop erkennen, welche Auswirkungen das auf die Zelle hat, wie zum Beispiel Leberzellen von Ratten auf die Zugabe von Insulin reagieren. Die Infrarotbilder zeigen, wie innerhalb der Zelle Wasser, Fette oder Eiweiße verteilt sind und wie sich diese Verteilung durch die Zugabe von Medikamenten ändert. Und so können die Bochumer Forscher auch ganze Salatblätter per Infrarotmikroskopie näher analysieren. Hier geht es darum, Austrocknungsprozesse von Pflanzenzellen genauer zu beobachten. Eine Auftragsarbeit für ein Unternehmen aus der Lebensmittelbranche, das mehr über die Haltbarkeit seiner Produkte wissen möchte. Bei der Untersuchung werden aus einem speziellen Laser, einem Mikroskop, sichtbares Licht und Infrarotstrahlung zugeführt. Die Wellenlänge dieser Infrarotstrahlung liegt bei ungefähr 1,5 Mikrometer. Genau bei dieser Wellenlänge zeigen Wassermoleküle charakteristische Schwingungen und dadurch lassen sie sich exakt nachweisen. Quasi in Echtzeit können die Forscher nun zusehen, wie die Zellen des abgeschnittenen Salates nach und nach ihre Flüssigkeit verlieren. Und sie können es sogar hören. Denn parallel zum Wasserverlust gibt der Salat Ethylengas ab. Und das kann man fotoakustisch darstellen. Das Sterben der Pflanze wird durch die mikroskopische Untersuchung in allen Phasen exakt dokumentiert. Durch derartige Untersuchungen gewinnen die Bochumer immer neue Erkenntnisse über lebende Zellen und ihr Verhalten. Noch stehen sie mit ihren Forschungen am Anfang. Aber für Medizin und für Pharmaforschung könnten die Infrarotverfahren ganz neue Wege eröffnen. Auch an der Bonner Universität haben Wissenschaftler aufsehenerregende Erkenntnisse bei der Erforschung infraroter Strahlung gewonnen. Die Zoologen untersuchten bestimmte Käfer, die Sensoren für Wärmestrahlung besitzen. Diese Insekten nutzen ihre Infrarotdetektoren, um Waldbrände aus großer Entfernung aufzuspüren. Sie benötigen frisch verbrannte Bäume für die Ablage ihrer Eier. Durch ihr sensibles Infrarotorgan wissen sie nicht nur, wo es brennt. Sie können auch genau messen, an welcher Stelle sie landen können, um sich zu paaren. Wo die noch glimmenden Bäume bereits ausreichend abgekühlt sind. Für die Forscher stellt sich die Frage, wie diese Organe der Käfer funktionieren. Im Labor werden die wärmeempfindlichen Insekten deshalb mit Infrarotquellen bestrahlt. Animiert man sie gleichzeitig in einem Windkanal zum Fliegen, kann man exakt überprüfen, wie sie auf die ankommende Wärmestrahlung reagieren. Weil sie darauf fixiert sind, warme Stellen zu bemerken, löst jede noch so geringe Infrarotstrahlung eine Veränderung im Flug aus. Auch andere Tierarten, wie Schlangen, haben Infrarotsensoren, aber die Feuerkäfer kann man besonders gut untersuchen. Per Kamera werden die Flugbewegungen festgehalten und ausgewertet. Ziel der aufwendigen Forschung ist es, die Infrarotorgane der Feuerkäfer nachzubauen, also Biosensoren zu entwickeln, nach dem Vorbild der Natur. Die Infrarotorgane verschiedener Feuerkäferarten liegen jeweils am Hinterlein. Beim deutschen Kiefernprachtkäfer ist der Feuersensor ein fotomechanisches System. Seine Bausteine dehnen sich nach dem Auftreffen von Wärme minimal aus. Druckrezeptoren registrieren diese Bewegung. Diesen Sensor haben die Forscher bereits nachbauen können. In ihrem Prototyp absorbiert eine Teflonscheibe auftreffende Wärmeenergie und dehnt sich dann im Mikrometerbereich aus. Dies führt zu elektrischen Impulsen, die messbar sind. In Deutschland hat dieser Biosensor bereits ein Patent bekommen und auch das amerikanische Militär ist schon an den Ergebnissen der Bonner Forscher interessiert. Denn der besondere Vorteil solcher Sensoren liegt darin, dass sie sehr kostengünstig zu bauen sind, nicht gekühlt werden müssen und extrem zuverlässig und schnell arbeiten. Die Bonner Zoologen glauben, dass ihre Sensoren schon jetzt in Bewegungs- und Feuermeldern eingesetzt werden können. Mit Infrarotstrahlen kann man aber nicht nur winzige Details untersuchen. Die Astronomen nutzen dieses langwellige Licht, um in die Anfänge unseres Universums zurückzublicken. Jetzt in Wissen Aktuell. Der große Jäger Orion. Eines der bekanntesten Sternbilder am Himmel. Seit einiger Zeit vermehren sich die Sterne des Orion geradezu inflationär. Der Grund? Es gibt immer bessere Teleskope. Die Forscher sprechen schon von einem kosmischen Babyboom. Und so wie beim Orion geht es den Astronomen mit dem gesamten Universum. Konnten die Menschen einst ein paar tausend Sterne am Himmel wahrnehmen, so gehen wir heute von mehr als 100 Milliarden Galaxien aus. Jede von ihnen im Schnitt wiederum 100 Milliarden Sterne stark. Am Anfang war der Urknall. Dann kam die Neugier. Über Jahrtausende. Eine große Triebfeder der Wissenschaft. Nie zuvor in der Geschichte der Menschen sind in so kurzer Zeit so viele revolutionäre Entdeckungen an unserem Himmel gemacht worden wie heute. Erst seit kurzem beginnen wir zu ahnen, dass unser Universum viel lebendiger ist, als wir es uns bisher vorgestellt haben. Sterne werden geboren und sterben, fallen übereinander her wie Kannibalen, verzehren sich gegenseitig oder verschwinden in schwarzen Löchern. Kaum irgendwo sonst ist Erkenntnis so eng an die Entwicklung neuer Instrumente gebunden wie in der Astronomie. Im Norden Chiles in 2600 Meter Höhe steht das VLT, das Very Large Telescope, Außenstelle und Prunkstück des European Southern Observatory, kurz ESO, einer Forschungsinstitution aus dem bayerischen Garching. Die ESO behauptet selbstbewusst, dass es das größte Teleskop der Welt ist. Denn die vier gigantischen Spiegelteleskope mit je 8 Meter Durchmesser, die unabhängig voneinander arbeiten, können auch gemeinsam betrieben werden. Über ein trickreiches Computerprogramm werden sie dann zusammengeschaltet. Der Lichtstrahl der Sterne wird aufgespalten zwischen den Teleskopen und über Lichtleiter zu einem gemeinsamen Detektor geführt. Man simuliert so ein Teleskop mit einem 120 Meter großen Spiegel. Klarer Weltrekord. Interferometrie nennt man diese Technik. Die dafür benötigte Präzision ist gewaltig. Der Strahlgang von hier, hier hin und von hier, hier hin, müssen Sie auf eine Wellenlänge, eine Photonwellenlänge oder Lichtwellenlänge genau den Strahlengang erhalten. Das heißt, Sie müssen die Entfernung, jetzt haben wir gesagt 120 Meter ungefähr, dann müssen Sie das Photon auf weniger als ein Mikrometer, weniger als ein Tausendstel Millimeter, genau den Strahlengang hier ausgleichen. Und das ist entsprechend schwierig. Und aufwendig. Über eine Kaskade von Spiegeln werden die Photonen, die Lichtteilchen, zu einer Sammelstelle geführt, wo sie zu einem Bild zusammengefügt werden. Da sich aber die Erde dreht und sich damit auch die Entfernungen der Teleskope zu den Sternen ändern, muss das ausgeglichen werden. Manche Photonen bekommen dazu einen Umweg verordnet. Ihre Laufzeit wird über diesen Tunnel mit beweglichen Spiegeln geregelt. Mit der Technik hat sich auch der Arbeitsplatz der Sterngucker von heute verändert. Der Bildschirm hat den Blick durch die Linse längst verdrängt und die Detektoren, die das Licht auffangen, sind um viele Klassen empfindlicher als die früheren Methoden. Und das hat dazu geführt, dass wir heute Dinge sehen, über die man bis vor kurzem nur spekulieren konnte. Meiner Meinung nach die wichtigsten Resultate sind, dass wir vom Schwarzen Loch im Zentrum der Milchstrasse zum ersten Mal Direktsignale gesehen haben. Wir haben als eine Gruppe hier am Max-Planck-Institut, die haben gemessen, wie Sterne um das Schwarze Loch herumlaufen. Das ist ein bisschen wie Kometen, die im Sonnensystem um die Sonne herumlaufen. Die konnten quasi Sterne benutzen, so wie wir die Kometen sehen. Eigentlich sind Schwarze Löcher Erscheinungen, die man gar nicht beobachten kann. Deswegen hier auch das Bild eines Künstlers. Sie sind so dicht und schwer, dass ihre Schwerkraft sogar Lichtteilchen festhält. Sie strahlen also nicht. Ebenfalls äußerst schwer abzubilden, sind sogenannte Exoplaneten. Das sind sehr lichtschwache Planeten, die außerhalb unseres Sonnensystems um einen anderen Stern kreisen und von ihm überstrahlt werden. Mit dem VLT gelang es erstmals, ein Bild von einem Exoplaneten aufzunehmen. Über unvollstellbar weite Strecken kommt das Sternenlicht zu uns. Doch kurz bevor es unsere Teleskope erreicht, wird das Bild eines Sterns durch die Luftschichten der Atmosphäre verzerrt. Ein verformbarer kleiner Spiegel sorgt für Klarheit. Die Verzerrungen des Sternenlichts werden von einem Computer analysiert und er steuert elektrische Stellelemente, die die Form des kleinen Spiegels so verändern, dass die Verzerrungen ausgeglichen werden. Das geschieht in einer fast unvorstellbaren Geschwindigkeit. Das Ergebnis dieser adaptiven Optik ist ein viel klareres Bild der Sterne. Um die adaptive Optik zu justieren, benötigen die Astronomen einen hellen Stern in der Nähe. Das begrenzt den Einsatz. Deswegen installierte das VLT einen gewaltigen Laser, mit dem ein künstlicher Stern 90 Kilometer hoch in den Himmel projiziert werden kann. Als Referenzsignal für den Computer, der den kleinen Spiegel steuert. Gehen wir doch ins All, da gibt es keine störende Atmosphäre. Das sagten sich die Väter des Weltraumteleskops Hubble schon vor Jahren. Eine der großen Überraschungen war, wie tief Hubble zurückblicken kann in Raum und Zeit. Als das Teleskop gestartet wurde, glaubte niemand, dass es möglich wäre, zurückzuschauen bis fast in die ersten 10 Prozent des Alters unseres Universums. Indem man die Möglichkeiten von Hubble bis ans Äußerste ausreizte, mit extrem langen Belichtungszeiten, konnten wir in eine Zeit des Universums blicken, lange bevor unsere Sonne und unsere Erde entstanden. Dabei begann das erfolgreichste aller Teleskope seine Karriere 1990 mit einer Art Fehlstart. Kaum war es an seinem Platz, 600 Kilometer über der Erde angekommen, wurde klar, dass Hubble einen Fehler hatte. Sein Spiegel war unscharf. Nur um das Fünfzigstel der Dicke eines Haares, aber das genügte. Um das etwa zwei Milliarden US-Dollar teure Teleskop nicht zu verlieren, entschieden die Betreiber, die NASA und die ESA, dem omnibusgroßen Hubble eine Brille zu verpassen. Diese Operation war einer der größten Erfolge der Wissenschaftsgeschichte. Hubble hat unsere Vorstellung vom Universum mehr verändert als Entdeckungen aus vielen Jahrtausenden davor. Das Teleskop hat uns gezeigt, dass das Universum ein lebendiger Organismus ist. Es hat uns Zeuge werden lassen beim Tod eines großen Sterns, einer Supernova. Es lässt uns erahnen, welch vielfältige Schicksale das Universum für die Sterne bereithält. Hier das Innere des Krebsnebels, in dem ein Pulsar kreiselt. Besonders spannend aber ist der Blick zurück in der Zeit. Hubble ist ein optisches Teleskop, gebaut vor allem für das sichtbare Licht. Es kann auch ein wenig ins Infrarote schauen, aber eben nur ein wenig. Wenn wir uns aber das frühe, das weit entfernte Universum anschauen, dann ist das Licht der Sterne durch die große Ausdehnung des Weltalls stark ins Rote verschoben. Schauen wir mal ein typisches Spektrum an, mit Licht vom Blau bis zum Rot. Solche Farben hat auch eine nahegelegene Galaxie. Däre die gleiche Galaxie aber in einem entfernten Teil des Universums, dann würde sich das gesamte Spektrum sehr stark ins Rote und Infrarote verschieben. Und da ist Hubble blind. Deswegen ist das Nachfolgeteleskop nicht nur größer als Hubble, sondern vor allem für den infraroten Bereich der Strahlung empfindlich. Wie ein riesiges Origami wird sich 2013 im Weltraum ein Schattenzelt entfalten, etwa von den Ausmaßen eines Tennisplatzes. In der Mitte der 6,5 Meter große Spiegel des James Webb Space Teleskop. Es soll nach Licht von Sternen und Galaxien nach dem Urknall suchen und wird so einen viel tieferen Blick ins Universum tun, als Hubble es erlaubte. Da James Webb die Sterne im infraroten Bereich betrachtet, muss der Spiegel sehr kalt sein, denn Wärme würde zu einem rauschenden Bild führen. Minus 230 Grad Celsius. Zu kalt, um das Instrument in einer Erdumlaufbahn zu halten. 1,5 Millionen Kilometer außerhalb der Erdbahn soll James Webb deshalb stationiert werden. Die wichtigste Aufgabe des James Webb Space Teleskop wird sein, Beobachtungen von Hubble fortzusetzen, die die Astronomen die Deep Field Bilder nennen. Dabei wurde Hubble auf dunkle Teile des Universums, solche ohne bekannte Sterne, ausgerichtet und es wurden Aufnahmen mit extrem langen Belichtungszeiten gemacht. Tief in den Weltraum hinein und weit zurück in der Zeit. Denn das Licht der Galaxien, die auf diesen Deep Field Bildern erscheinen, wurde dort abgestrahlt, vor vielen Milliarden Jahren. In einer Zeit, als das Universum noch viel jünger war als heute. Die Deep Fields sind also ein Blick zurück in der Zeit. Zum Teil können wir darauf Galaxien bei ihrer Entstehung sehen, nicht lange nach dem Urknall. Bei diesen tiefen Blicken zurück in unsere Geschichte wird das James Webb Teleskop 100 Mal schärfer sehen können als sein Vorgänger Hubble. Da das Universum sich seit dem Urknall stark ausgedehnt hat, sind auch die Lichtwellen, die damals entstanden, ausgedehnt worden. Und das bedeutet, dass das Licht, das von weit her stammt, langwelliger, das heißt röter wird. Deswegen müssen wir ins Infrarote schauen, um das frühe Universum zu studieren. Das ist schon bei nahegelegenen Objekten interessant. Der Saturn im sichtbaren Licht und als Infrarotbild. Noch spannender wird das aber bei den großen Molekülwolken im Weltraum. Im Infraroten, rechts im Bild, kann man in diese Nebel hineinschauen. Das Infrarotbild eines Raketenstarts. Das Teleskop Spitzer wird ins All geschossen. Das NASA-Weltraumfernrohr durchforstet seit August 2003 das Universum weiter und tiefer im Infrarotbereich, als die Menschen jemals zuvor geschaut haben. Dafür muss Spitzers Temperatur fast am absoluten Nullpunkt liegen. Ungefähr minus 270 Grad Celsius. Das gelingt mit einem Helium-Kühlgerät. Das Helium verdampft und hält so das Teleskop einige Jahre lang kalt genug, um diese extrem langen Infrarotwellen zu sehen. Warum sich dieser Aufwand lohnt, sieht man, wenn man wie hier Infrarotbilder von Spitzer mit Aufnahmen von Hubble verblendet. Die großen Nebelwolken in der südlichen Milchstraße werden plötzlich durchsichtig. Wir sehen junge, noch kalte Sterne. Die Fachleute sprechen von einer kosmischen Geburtsklinik. Nur sichtbar im infraroten Licht. Auch vom Sterben der Sterne können wir dank Spitzer völlig neue Eindrücke gewinnen. Cassiopeia A explodierte vor gut 300 Jahren in einer gigantischen Supernova. Der kosmische Nachklang dieses Ereignisses, das Aufbäumen des Neutronensterns in der Gaswolke, die Schockwellen, die von dort in die Wolken abstrahlen, all das lässt sich mit Spitzer beobachten, wie noch nie zuvor. Eine immer bessere Auflösung, das ist die Aufgabe der Sternenforscher. Eine riesige Lichtfalle, das ist der Traum der Astronomen. So könnte es aussehen, das Overwhelming Large Telescope, kurz OAL wie Eule. Ein erdgebundenes 100-Meter-Teleskop. Ein Eiffelturm zum Schwenken. Erste Studien aber zeigen, man wird sich bescheiden müssen. Es wird wohl eher ein 40-Meter-Teleskop werden. Auch das noch gigantisch. Selbst im Vergleich mit dem Rekordhalter von heute, dem Very Large Telescope. Auf der Suche nach dem ersten Licht im Universum. Auf der Suche nach unseren Ursprüngen sind wir schon lange. Seit Jahrtausenden fasziniert uns das Weltall. Immer neue, immer raffiniertere Instrumente haben wir uns einfallen lassen, um den Anfängen auf den Grund zu gehen. Und mit jeder Antwort kamen tausend neue Fragen. Zum Beispiel diese hier. Was hält unser Universum im Innersten zusammen? Jetzt in Wissen Aktuell. Das Universum. Zu 85 Prozent besteht es aus einer Materie, die wir nicht sehen können, weil sie kein Licht abstrahlt. Die Wissenschaftler stochern sprichwörtlich im Dunkeln. Sie wissen, diese Materie muss existieren, denn dieser Stoff scheint das zu sein, was das Universum zusammenhält. Sie haben ihn dunkle Materie getauft. Die dunkle Materie zu finden ist vielleicht ähnlich, wie wenn Galileo versucht hat zu zeigen, dass die Erde nicht im Zentrum der Welt steht, sondern um die Sonne kreist. Es ist eine Frage unseres Weltbildes. Die Materie, die wir heute sehen, ist eben nicht das, was das Universum im Wesentlichen ausmacht. Wie hat sich das Universum seit dem Urknall entwickelt? Wie verändert es sich? In welchem Maßstab und mit welcher Geschwindigkeit? Sterne sind sehr schwer. Doch die Schwerkraft der Sterne reicht nirgends aus, um Galaxien bei den enormen Umdrehungsgeschwindigkeiten zusammenzuhalten. Das können die Physiker und Astronomen berechnen. Diese Spiralgalaxie besteht aus etwa 300 Milliarden Sternen, ähnlich unserer eigenen Galaxie, der Milchstraße. Die Sterne drehen sich mit einer Geschwindigkeit von etwa 800.000 Kilometer pro Stunde um das Zentrum. Eigentlich müsste diese Galaxie in Milliarden Einzelteile zerlegt auseinanderfliegen, wie ein Kettenkarussell, bei dem man die Ketten abschneidet. Was also hält die Galaxie zusammen? Erzeugt ein dunkles Etwas die notwendige Schwerkraft, die die Galaxien zusammenhält? Ein weiteres Phänomen gibt den Physikern Hinweise auf die Existenz einer geheimnisvollen Materie. Gravitationslinsen. So nennt man merkwürdige Verzerrungen um die Ecke gebogenes Licht. Die dunkle Kraft hält also nicht nur die Galaxien zusammen, sondern biegt das Licht von Quasaren und anderen Sternen umher, sodass man im Teleskop Sterne sehen kann, die eigentlich versteckt hinter einer anderen Galaxie liegen. An der Stärke der Verzerrungen durch die Gravitationslinsen können die Astronomen ablesen, wie viel dunkle Materie in den Galaxien enthalten sein muss. Doch obwohl sie die Auswirkungen der dunklen Materie genauestens untersucht haben, wissen sie immer noch nicht, woraus diese Materie und damit immerhin zwei Drittel des Universums eigentlich bestehen. Einer, der sich schon seit vielen Jahren mit dem Phänomen der dunklen Materie auseinandersetzt, ist der Direktor des Max-Planck-Instituts für Astrophysik in Garching, Simon White. Sein internationales Forscherteam ist heute weltweit führend auf dem Gebiet der Computersimulation der dunklen Materie. Den Wissenschaftlern ist es zum ersten Mal gelungen, dunkle Materie sichtbar zu machen. Die Simulation zeigt ein Negativbild, eine endlose Wolke, die im Weltall überall verteilt ist, mal mehr, mal weniger dicht. Die großen weißen Flecken zeigen eine Konzentration der dunklen Materie. Galaxienhaufen, die mit ihrer enormen Schwerkraft die dunkle Materie angezogen und verdichtet haben. Trotz dieser beeindruckenden Animation weiß aber auch Simon White nicht, woraus die dunkle Materie besteht. Wir wissen leider nicht, was dunkle Materie ist. Wir haben Beweise dafür, dass es viel Materie im Universum gibt, die gravitative Effekte hat, aber das wir sehen nicht. Und wir haben bis jetzt keine direkte Strahlung von dieser Materie mit unseren Teleskopen gesehen. Und da ist es für uns immer dunkel. 500 Megaparsec, das sind fast zwei Milliarden Lichtjahre. Ein unvorstellbar großer Ausschnitt des Universums, der hier simuliert wird. Schritt für Schritt zeigt diese Simulation die netzartige Struktur der dunklen Materie, von der größten bis zu immer kleineren Einheiten des Universums. Doch wie kann man überhaupt etwas simulieren, von dem man nicht weiß, woraus es besteht? Indem man eine Hypothese aufstellt. Die Wissenschaftler gehen davon aus, dass die dunkle Materie aus einer neuen Art von Elementarteilchen besteht. Mit den Eigenschaften dieser Elementarteilchen statten sie ihre simulierte dunkle Materie im Rechner aus und dann lassen sie die Simulation vom Urknall an ablaufen. Wenn zuletzt das Reale und das simulierte Universum genau übereinstimmen, ist das für die Wissenschaftler ein Hinweis, dass ihre Hypothese richtig sein könnte. Die Experimentalphysiker versuchen die Hypothesen der theoretischen Physiker im Labor zu beweisen. Auch das Meer ist ein solches Labor. In 3000 Meter Tiefe, in absoluter Finsternis, wollen die Wissenschaftler mit diesen Kugeln winzige Lichtblitze aufspüren. In den Glaskugeln hängen Lichtdetektoren, die so enorm empfindlich sind, dass sie den Schein eines Glühwürmchens noch aus einem Kilometer Entfernung registrieren können. Die winzigen Lichtblitze sind Hinweise auf Neutrinos, jene geisterhaften Teilchen, die fast keine eigene Masse haben und nur sehr schwer nachgewiesen werden können. Diese Neutrinos entstehen dort, wo man besonders viel dunkle Materie vermutet. Wenn ein Neutrino auf einen Wasserstoffkern trifft, entsteht ein elektrisch geladenes Teilchen, ein Myon. Und dieses Myon erzeugt eine Leuchtspur. Auf der Basis dieser Leuchtspur kann man rekonstruieren, woher das Neutrino kam und so die mögliche Quelle der dunklen Materie finden. Das Meer wird bei diesem Experiment als riesiger Empfänger genutzt. Und zugleich als Abschirmung, denn in 3000 Meter Tiefe sind alle Teilchen der kosmischen Strahlung bereits absorbiert worden. Zwölf Ketten mit je 75 Kugeln ergeben ein dreidimensionales Feld aus 900 ultralichtempfindlichen Glaskugeln. Ein riesiger Detektor, der Anfang 2008 vollständig ist und in Betrieb geht. Einen praktischen Nutzen hat diese Forschung im Moment zumindest nicht. Die Wissenschaftler wollen einfach verstehen, woraus 85 Prozent unseres Universums bestehen. Licht soll sie zur Erkenntnis führen. Und diese Erkenntnis wird fundamental sein. Wie bei Galilei. Musik Bisher haben die Wissenschaftler lediglich Hypothesen. Sollten sich jedoch all diese Hypothesen als falsch erweisen, werden die Physiker die Gravitationsgesetze ändern müssen. Das würde eine grundlegende Veränderung unseres physikalischen Weltbildes nach sich ziehen. Auch Kopernikus und Galilei haben die ganz große wissenschaftliche Erkenntnis erst dadurch erreicht, dass sie populäres Wissen infrage gestellt haben. Das strahlende Universum. Licht. Das Thema heute Abend in Wissen aktuell. Und so geht's weiter. Energieträger mit Potenzial. Wie Licht in Zukunft dabei helfen könnte, viel schneller bis zum Mars zu fliegen. Und Datenträger. Wie ein Kristallwürfel mit Hilfe von Licht 1000 Gigabyte speichern kann. Die Themen der letzten Viertelstunde in Wissen aktuell. Zuerst Visionen vom Licht als Energieträger. Und danach blitzschnell rechnen mit Licht. Jetzt hier in Dreisat. Die als Licht und Wärme auf die Erde auftreffende Menge an Sonnenenergie übertrifft den gesamten Primärenergiebedarf der Menschheit um ein Vielfaches. Nur leider verstehen wir es noch nicht gut genug, diese Energie effizient zu nutzen. Grüne Pflanzen hingegen nutzen seit Milliarden von Jahren das Licht der Sonne perfekt aus. Die Photosynthese technisch nachzuahmen ist daher das Ziel vieler Wissenschaftler. Doch bevor man grüne Solarzellen bauen kann, müssen Wissenschaftler zunächst die Vorgänge in einem Blatt exakt verstehen. In Bioreaktoren züchten Wissenschaftler der TU und FU Berlin deshalb Mikroorganismen, die den ersten Photosynthese betreibenden Bakterien ähneln. Mit einem speziellen Versuch ermitteln die Wissenschaftler anschließend die Sauerstoffproduktion und somit die Leistungsfähigkeit der Mikroorganismen. Um sie zur Arbeit anzuregen, bestrahlen die Biologen sie mit einer Lampe. Durch das Licht kommt es zu Wechselwirkungen zwischen einzelnen Molekülen, bei denen sogar elektrische Kräfte auftreten. Innerhalb der grünen Zelle wird, so ähnlich wie bei einer Solarzelle, Elektrizität erzeugt. Bei der Photosynthese ist ein Konglomerat von mehreren Eiweißen beteiligt, das sogenannte Photosystem. Berliner Biologen lösen dieses Photosystem aus einer grünen Zelle heraus und verwandeln die sensiblen Eiweiße in feste Kristalle. Sie beinhalten alle für die biochemischen Vorgänge verantwortlichen Stoffe. Die Proteine liegen aufgrund der von den Biologen entwickelten Kristallisation in einer starren Struktur vor und werden mit einem energiereichen Röntgenlicht bestrahlt. Mithilfe mathematischer Methoden können Wissenschaftler das Röntgenbild auswerten und die genaue Struktur der Photosysteme sichtbar machen. Da die Berliner Wissenschaftler ein exaktes Bild der Photosynthese liefern, hoffen Ingenieure eines Tages ganz neuartige Solarzellen entwickeln zu können, die in ihrem Aufbau dem natürlichen Vorbild ähneln und dadurch wahrscheinlich mit wesentlich weniger Licht Strom erzeugen können. Denn die Sonne muss scheinen, sonst läuft in der Solarenergie heute nichts. Mit der Energie des Lichts wollen Wissenschaftler sogar ins All fliegen. Hier am Stuttgarter Institut für Raumfahrtsysteme laufen die Tests für einen Antriebsturbo, der die Flugzeit im All halbieren soll. Der Flug einer bemannten Mission zum Mars scheint so greifbar nah. Die Physikerin Monika Auwetter-Kurz, heute Präsidentin der Uni Hamburg, entwickelte mit dem sogenannten Lichtbogentriebwerk einen neuen Raketenmotor, der ungeahnte Dimensionen in der Raumfahrt eröffnet. Die Stuttgarter Elektrizitätswerke müssen extra Kapazitäten freischalten. Zum Zünden brauche ich etwa 1500 Volt. Ist das in Ordnung? Ja, nach 10 Minuten von jetzt, dann würden wir gerne zünden. Mit dem Energiebedarf der Physikerin für ihre Triebwerktests lässt sich normalerweise eine ganze Kleinstadt mit Strom versorgen. Das eigene Umspannwerk gehört zur weltweit einmaligen Infrastruktur des Instituts für Raumfahrtsysteme. Vor allem diese Röhren mit ihrer Vakuumsauganlage zur Simulation des Weltraums sind einmalig. Sie stellen eine Investition von rund 100 Millionen Euro dar. Hier testet Monika Auwetter-Kurz nun ihr Lichtbogentriebwerk, das zunächst einmal durch seine kompakten Ausmaße überrascht. Doch das Prinzip der Lichtbogenantriebe hat es in sich. Die Leistungsfähigkeit ist überragend. Auf einen Lichtbogen wird Treibstoff geleitet. Der Treibstoff erhitzt sich, dehnt sich explosionsartig aus und beschleunigt Richtung Austrittsdüse. Es entsteht ein gewaltiger Rückstoß. Um das Lichtbogentriebwerk in Betrieb zu setzen, braucht die Physikerin zwei Dinge. Wasserstoff als Treibstoff und Energie, um den Treibstoff aufzuheizen. Das Prinzip des Lichtbogens kennt man vom Elektroschweißen. Zwischen Anode und Kathode fließt ein elektrischer Strom von mehreren hundert Ampere. Dadurch zündet ein bis zu 20.000 Grad Celsius heißer Lichtbogen. Das ist kein 1 zu 100 Modell, das ist ein 100 Kilowatt Lichtbogengerät in Originalgröße. Davon braucht man in etwa 35, um Menschen bemannt zu Mars zu bringen. Die sind so klein. Klein und außerordentlich leistungsfähig. Die Austrittsgeschwindigkeit des Treibstoffs beträgt 72.000 Kilometer pro Stunde. Herkömmliche chemische Triebwerke können so etwas nicht schaffen. Und sie haben noch einen ganz anderen Nachteil. Chemische Triebwerke verbrauchen ihren Treibstoff vor allem beim Start der Mission. Es wird ein einmaliger Schub erzeugt, der das Raumschiff in die gewünschte Richtung anschiebt. Mit der dabei erreichten Geschwindigkeit würde eine Marsmission ihrem Ziel, dem roten Planeten, eigentlich nur entgegen segeln. Bei elektrischen Antrieben ist das anders. Es ist wie im Auto, dass man kontinuierlich antreibt. Das heißt, wenn man Schwierigkeiten hat und lieber umdrehen möchte, weil beispielsweise jemand krank ist oder ein System ausfällt, dann kann man, wenn man eine bemannte Marsmission mit elektrischen Antrieben durchführt, jederzeit umdrehen. Man hat also wesentlich mehr Flexibilität. Man hat auch die Möglichkeit, aus irgendwelchen Gründen, dass es wichtig ist, früher vom Mars wieder zurückzustarten. Man kann ganz andere Bahnen fliegen, als man das mit chemischen Antrieben kann. Das Institut für Raumfahrtsysteme Stuttgart will bis 2010 eine eigene Mission zum Mond schicken. Natürlich, um das Lichtbogentriebwerk für die angestrebte Marsmission zu testen. Es scheint, das Potenzial von Licht ist noch lange nicht ausgereizt. Dieser Kristallwürfel hat es in sich. Die Physikerin Cornelia Denz speichert mehr als 1000 Gigabyte Daten in diesem Speicherkristall. Mit Licht. Hier werden die Daten nicht auf eine Oberfläche geschrieben, sondern das gesamte dreidimensionale Volumen des Speichermediums wird genutzt. So etwas nennen die Fachleute einen holographischen Datenspeicher. Licht ist nicht nur schneller als der elektrische Strom, es besitzt auch eine höhere Informationskapazität. Unsere Rechner heute arbeiten teilweise schon mit Licht. Beim Schreiben und Auslesen von Informationen in den sogenannten optischen Laufwerken CD und DVD. In der Elektronik speichern sie Punkt für Punkt, während man, wenn man mit Licht speichert, zum Beispiel in Holografie, die gesamte Information eines Bildes auf einmal speichern kann. Also schneller und viel höhere Datenmengen, die bearbeitet werden können. War die Elektronik die Schlüsseltechnologie des 20. Jahrhunderts, so wird die Photonik die Schlüsseltechnologie des 21. Jahrhunderts sein. Das, was Halbleiter bewirken, können heute optische Systeme schneller und besser. Aus Science-Fiction-Filmen ist das bekannt, auch aus älteren. Wenn Sie an den Film Odyssee 2001 denken, da ist es genau so. Der Computer, der dort allumfassend rechnen kann, ist ein Computer, der aus Kristallen besteht und in dem optisch gespeichert wird. Heute sind wir schon sehr nah an dieser Realität. Wir können im Labor holographische Speicher realisieren, in denen Kristalle ganz hohe Datenmengen auf sehr kleinem Raum speichern können. Und es gibt Firmen, die so nah an der Umsetzung sind, dass man in einigen Jahren sicher auch holographische Kristallspeicher kaufen kann. Damit wir in Zukunft nicht nur ungeheure Datenmengen speichern, sondern auch mit Licht rechnen können, daran arbeiten weltweit viele Forschergruppen. So auch die Quantenphysiker an der Uni Stuttgart. Und das mit, wie sie versichern, unkomplizierten Technologien. Im Gegensatz zu dem, was viele meiner Kollegen machen, ist das, was wir hier machen, experimentell relativ einfach. Es geht nämlich darum, einzelne Atome in einen Diamanten einzuschleusen. Stickstoff. Und diese kleinsten Verunreinigungen dienen dann gewissermaßen als Prozessor, als sogenannte Quantenbits. Die Quantenphysiker können einzelne Stickstoffatome mit einem Joystick ansteuern und mit einem Laser beschießen. Dann werden unzählige Lichtteilchen wieder abgestrahlt. Und diese tragen die Information in sich. Man kann davon ausgehen, dass ein Quantenrechner, der einige 10 Quantenbits hat, vielleicht 50 oder 80 Quantenbits hat, eine Rechenkapazität haben wird, die heutzutage nur Supercomputer haben werden. Bei Taktraten, die allerdings viel geringer sind. Was bei diesem Rechner hinten rauskommt, ist Licht. Einzelne Photonen sind die Informationsträger. Doch von einer massenhaften Anwendung der Quanteninformatik sind wir noch weit entfernt. Die fragilen Quantenzustände müssen einerseits sehr gut von der Umwelt abgeschirmt werden, doch andererseits müssen sie von außen manipuliert werden können. Aber vielleicht ist es auch gut so, dass das Computersystem der Zukunft noch auf sich warten lässt. Würde er heute schon funktionieren, der PC aus Laser und Diamant, er würde die Welt aus den Fugen geraten lassen. Das heißt, von einigen hunderttausend bis hundert Millionen Jahren, die man brauchen würde, um so einen Code zu knacken, ist das Problem letztendlich auf die Zeit von wenigen Minuten oder Stunden reduziert. Das heißt, diese Art von Datenübertragung wäre dann per se nicht mehr sicher. Und da ein guter Teil des weltweiten Handels ja eben elektronisch funktioniert, würde das bedeuten, dass man auf diese Art und Weise mit den Prinzipien keine sicheren Daten mehr übertragen kann. Das ist dann ein Fall für die Quantenkryptographie, die Verschlüsselung von Daten mit Licht. Doch mit diesem Thema könnte man einen weiteren Abend füllen. Wir werden also in Zukunft mit Licht in jeder Hinsicht rechnen können. Das war unsere Reise durch das strahlende Universum des Lichts. Im März werden wir uns in einem weiteren Wissen aktuell dem Thema Wasser widmen. Mehr Informationen zu Wissen aktuell und zum heutigen Thema finden Sie natürlich im Internet unter dreisat.de Fn-E Untertitelung des Wissen